Hallo und herzlich willkommen in der Liebubble. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute Morgen war ich mit meinem Hund draußen und zum ersten Mal dieses Jahr war der Boden vollkommen mit Blättern bedeckt. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Zeit für lange Höhebücher und eine richtig leckere Tosse Tee gekommen ist. Für mich ist es im Moment türkischer Apfeltee. Den mag ich besonders gerne, aber ich bin immer auf der Suche nach neuen Mischungen. Also, falls du eine gute Idee für mich hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin Li und wenn du keines meiner Höhebücher mehr verpassen willst, dann klick noch schnell auf Abonnieren und die kleine Glocke, bevor es losgeht. Dann würde ich sagen, mach's dir bequem, gönn dir eine Tasse Tee und ich wünsche dir viel Spaß mit unserer heutigen Sammlung von Heinrich Seidel. Die blaue Blume In einem schmalen Talgrunde des Waldgebirges lag in einiger Entfernung vom Ende des Dorfes eine alte Wassermühle. Der Bach brauste recht ungestüm und schäumt über das Rad hin, denn es war die erste Arbeit, welche er nach seinem fröhlichen Waldleben und seinen vielen lustigen Sprüngen über die Felsen zu tun hatte. Aber sein unmutiges Rauschen und Brausen half ihm nichts, und er musste doch die Säge treiben, welche seine Freunde die schönen Waldbäume in lange, weiße Bretter zerlegte. Es war ein schöner, sonniger Frühlingsmorgen. Der bläuliche Rauch aus dem Schornstein des Mühlhauses stieg gerade auf in die Luft, sich hell gegen die dunkle Tannenwand des Abhangs abhebend. Auf dem bemoosten Schindeldach sonnten sich gürrnd die weißen Tauben. Der Bach brauste über das Rad hin und sprühte Schaum und Staub hin in Sonnenschein. Da kam ein junger Wandersmann das Tal hinauf, durch das Dorf geschritten. Dem gefiel es hier so ausnehmend, dass er zu sich selber sprach, »Hier werde ich bleiben!« In der Mühle lebte ein alter Müller mit seiner Frau, einem Müllerburschen und einer Magd. Ihre Kinder waren auswärts verheiratet. Der junge Mann, welcher Walter hieß, und im Gebirge Pflanzen und Steine sammeln wollte, gefiel den alten Leuten so sehr, dass sie auf seine Bitte, ihn einige Wochen für Geld und gute Worte zu beherbergen, ihm gerne ein Kämmerlein einräumten und ihn auch an ihrem Tische mitessen ließen. Besonders der Müllerin gefiel er wohl, denn er hatte ein ernstes, schönes Gesicht, dunkle, tiefe Augen, volles, braunes Haar und ein so feines, artiges Betragen, dass man gleich merken mochte, er sei ein guter Leutekind. Aber er sprach nicht viel und war auch nicht viel zu Hause, denn die ganzen Tage streifte er im Gebirge umher und kam oft erst am Abend spät nach Hause, schwer beladen mit Pflanzen, Steinen und dergleichen in ihren Augen unnützen Ding. Zuweilen ging er auch mit dem alten Müller des Abends ins Wirtshaus, trank ein Schoppen Wein mit ihm und hörte den Gesprächen der Bauern zu, welche über Flur und Feld und Nachbarn nach Bauernart sich unterhielten. Eines Abends kam dort das Gespräch auf allerlei Sagen und Märchen, die man sich in der Gegend erzählte. Von dem Mann ohne Kopf, der weißen Frau und unendlichen Schätzen, welche in einer alten Ruine von Geistern bewacht wurden und dergleichen. »Die merkwürdigste Geschichte von allen aber ist die von der blauen Blume«, sagte ein alter, weißköpfiger Bauer endlich. »Es müssen jetzt bald fünfzig Jahre her sein, aber ich weiß es noch wie heute, als sie die Nachricht brachten, dass der junge Jäger des Grafen tot am Bach gefunden worden sei. Die blaue Blume in der Hand.« Acht Tage vorher hatte er, wie man nachher fuhr, einem Freunde sein Geheimnis anvertraut. Walter ward aufmerksam. »Wie ist die Geschichte?«, fragte er, denn die blaue Blume machte ihn neugierig. »Weiter hinauf in den Bergen«, sprach der Greis, »kommt der Bach, der hier unten die Mühle treibt, durch einen schmalen Felsenspalt aus einem ringsum unzugänglichen, von hohen, steilen Felswänden eingeschlossenen Tale. Es ist eine wilde Gegend ringsum und nicht geheuer dort, weshalb auch selten von uns jemand hinkommt. In diesem Tale, sagt man, und wir glauben es alle, was auch die klugen Leute dagegen reden mögen, wohnt eine schöne Frau aus dem Geschlechte der Nixen. Dort blühen Sommer und Winter die schönsten Rosen und andere Blumen, und es ist immer schönes Wetter dort. Ein kecker Bursch aus unserem Dorfe, welches ich so leicht nicht fürchtete, hat einmal im Winter durch den Spalt hineingesehen, und da ist ihm eine warme Sommerluft daraus entgegengeweht, und er hat Vögelsing hören, während draußen scharfes Frostwetter war. Dann hat ihn aber ein Grauen angewandelt, und er ist rasch davon gelaufen und hat nicht eher geruht, bis er wieder unter Menschen gekommen ist. Aber die blaue Blume, fragte Walter, was hat es denn damit für eine Bewandtnis? Junger Mann, antwortete der Greis, nehmt euch mir in Acht, dass ihr sie nicht einmal findet bei euren Streifereien, denn es möchte euch große Gefahr daraus erwachsen. Wer nämlich die Blume findet und vernichtet sie nicht gleich, sondern nimmt sie zu sich mit, den verzehret eine unsinnige Liebe zu dem schönen Nixenweibel, und es hat noch jedem den Tod gebracht, der sie besessen hat. Wie sieht denn diese Blume aus? fragte Walter. Das wusste ihm aber keiner recht zu sagen. Der Alte meinte wie eine Glocke, ein anderer wie eine Rose, der Dritte wie ein Stern, der eine nannte sie dunkel, der andere hellblau, sodass Walter endlich lachte und meinte, das sei wohl auch so eine Geschichte wie viele. Die Hälfte nicht wahr, und die andere Hälfte erlogen. Und dann sprachen sie von anderen Dingen. Walter dachte bald gar nicht mehr an diese Geschichte und lebte ruhig in seiner Weise fort. An einem schönen Frühlingsmorgen ging er früh am Bach entlang und wollte einmal seinen Lauf nach aufwärts verfolgen, wohin er noch nie gekommen war. Zuerst führte ein ebener Weg neben dem Gewässer her. Der bog aber bald in ein Seitental, und nun stieg Walter in einem gewaltigen Bergeinschnitt neben dem rauschenden Wasser aufwärts. Nach einiger Zeit verstummte das Geräusch der Sägemühle, welches er noch immer gehört hatte. Und nun war er allein mit dem Rauschen, Rieseln und Plätschern des Baches. Der war fast wie ein lebendes Wesen, wenn er Walter bei einer Windung der Schlucht plötzlich entgegensprudelte, oder wenn er zwischen mächtigen Felstrümmern sich ganz verlor und nur zuweilen hervorblitzte. Sein Rauschen und Plätschern klang wie ein wirres, lebliches Geschwätz. Allmählich ward es immer wilder und schroffer. Zu beiden Seiten ragten die mit bemoosten Steinblöcken bedeckten Abhänge. Zwischen den Felsen waren urmächtige Tannen aufgewachsen und spannten sich oft mit ihren Wurzeln wie mit riesigen Krallen über sie hin. Hoch durch das starrende Gewirr ihrer Zweige und Äste konnte man kaum den blauen Himmelschimmern sehen. Eine grüne Dämmerung herrschte dort, und nur zuweilen gelang es der Sonne, ein langes, schmales Licht hineinzusenden. Walter war ermüdet von dem Auf- und Abklettern über die Felsen. Er setzte sich auf einen recht einladenden Stein dicht am Wasser, welches vor ihm in einem kleinen Fall in breiter Fläche über einen glattgespülten Felsen geschossen kam. Aufwärts konnte er nichts sehen, denn er saß an einer Biegung, aber abwärts konnte er den Bach eine Strecke verfolgen, bis er nach tausend rauschenden Sprüngen und Fällchen unten um den Felsvorsprung bog. Ihm war er so wunderbar zumute, so sehnsüchtig ums Herz, und es war ihm, als wollte der Bach mit seinem Gesange etwas Schönes und Wunderbares erzählen. Er könne es nur nicht verstehen. Oben in einer Tanne hörte er ein Geräusch, es waren zwei spielende Eichhahnchen. Kaum konnte er die kleinen roten Gesellen in der gewaltigen Höhe erkennen. Sie kamen allmählich den Baum hinab, liefen endlich am Stamm herunter und huschten dicht vor Walte auf den knorrigen, bemussten Wurzeln des Baumes umher. Dann kam auch ein Specht geflogen, ein Schwarzer mit roter Kappe, der lief von dem Baumstamm in die Höhe und hämmerte daran. Walter schaute bald den Tieren zu, bald in das gleitende Wasser. Bald heuchte er auf Klänge, welche aus der Ferne durch den Wald halten. War immer, als höre er weit, weit im Waldgrunde seinen Namen rufen. Mit einem Male wehte es ihn an wie Rosenduft und ein roter Schimmer schien über das Wasser zu gehen. Und nun plötzlich sah er eine rote Rose den Wasserfall hinabgleiten und den Bach hinunterschwimmen. Er verwunderte sich, denn es blühten sonst noch nirgendwo welche. Da kamen noch mehr Rosen und mehr und mehr und drängten sich ordentlich über den Felsen, glitten hinab und schwammen den Bach entlang. Als Walter hinuntersah, war derselbe mit Rosen schon über und über bedeckt. Er saß ganz betäubt da vor Erstaun und starrte starr auf das endlose Rosengewimmel, das ihn fast schwindelte. Da ward mit einem Male ein wundersames, blaues Leuchten ringsum bis in die Kronen der Tannen, und ein herrlicher, betäubender Duft verbreitete sich. Es war ein Singen und Klingen in der Luft, die Rosen verschwanden, und der Bach glitt und sprühte wie leuchtendes, blaues Feuer dahin. Eine unnennbare Unruhe ergriff Walter. Im Wahls müsse ihm ein gewaltiges Glück begegnen. Er sprang auf, um ihm entgegenzueilen. Da sah er etwas wie einen strahlend blauen Stern im Wasser ihm entgegenschwimmen. Von ihm schien alles Licht auszugehen. Er griff danach und hielt eine seltsame blaue Blume in der Hand, wie er noch nie eine gesehen hatte. Sogleich war auch aller Lichtschein verschwunden. Der Bach rauschte und sprühte wie gewöhnlich und weder Rosen noch andere Blumen waren in ihm zu sehen. Aber den gewaltigen Duft hatte die Blume behalten. Walter sog ihn in vollen Zügen ein, und eine wilde Sehnsucht kam über sein Herz. Es trieb ihn, weiter dem Laufe des Baches entgegenzudringen, denn dort war diese wunderbare Blume hergekommen. Er kletterte hastig über die Felsen dahin und spürte keine Ermüdung mehr. Seine Brust wogte ungestüm, seine Augen glühten und die dunklen, lockigen Haare wallten ihm über die Stirn. Immer wilder und einsamer ward es ringsum. Fast senkrecht ragten die Wände an beiden Seiten empor. Kein Sonnenstrahl fand den Weg hinein, um sein Licht auf dem wilder herbrausenden Bach tanzen zu lassen. Endlich hatten sich die Felsenwände so weit zusammengeschoben, dass keines Menschen Fuß mehr neben dem Bache wandeln konnte, der aus einer mannsbreiten Spalte wilder hergeschossen kam. Aufatmen stand Walter da und ließ seine Augen an der steilen Fläche hinaufschweifen. Fern durch den Felsenspalt leuchtete ihm wie ein lichter Streif der sonnige Tag entgegen. Eine warme, duftdurchhauchte Sommerluft wehte daraus hervor und von den wechselnden Luftwellen getragen tönte ein süßer, ferner Gesang zuweilen herüber. Er sprang kühn in den Bach hinab und versuchte, sich gegen die ungestüme Flutbahn zu brechen. Aber wild schleuderte ihn das Wasser zurück und warf ihn gegen einen Felsen, das er vom Falle fast betäubt war. Er raffte sich wieder auf und indem er sich mit der einen Hand an den Felsen lehnte, schaute er weit vor, gebeugt, sehnsüchtig, auf jenes Unerreichbare, welches ihm so hold entgegenlachte. Zufällig berührte er dabei mit der blauen Blume die Felsen. Da schoben sich diese geräuschlos auseinander und ließen und ließen dem Bache einen schmalen Pfad frei. Walter traute seinen Augen kaum und eben wollte er den wunderbaren Pfad betreten, als er unwillkürlich zauderte. Denn die Erzählung des Alten kam ihm plötzlich in den Sinn. Nachdenklich betrachtete er die blaue Blume in seiner Hand. Sie habe noch jedem den Tod gebracht, hatte der Alte gesagt. Dann blickte er wieder auf in den Sonnenschein vor sich. Ihm war, als rief es dort mit lockenden Stimmen, als zöge es ihn sanft dorthin mit schmeichelnden Händen und die wilde Sehnsucht kam wieder über ihn. Und ehe er sich es versah, hatte er den verhängnisvollen Schritt getan. In trunkenem Staunen blickte er um sich, als er das Ende des Felsenspaltes erreicht hatte. Eine schöne, blühende Natur schimmerte ihm entgegen. Eingeschlossen von steilen, ragenden Felswänden lag dort ein kleines Tal, wunderherrlich wie ein Stück vom Garten des Paradieses. Überall Rosen und blühende Rosen, Sonnenschein, Klang, Duft und Farbe, ein leichter Rosenhauch schien über dem Ganzen zu schweben. So einsam, so abgeschlossen lag es da, so fern von dem Treiben der Welt, so in sich selbst und seine eigene Schönheit versunken, dass man an diesem Orte wohl die ganze Welt vergessen konnte. Wie im Traume ging Walter in dem weichen Grase einher. Die Vögel, welche in den Zweigen der Rosensträucher saßen und sangen, ließen sich durch ihn nicht stören, sondern wendeten nur im Singen den Kopf nach ihm und sahen ihn mit klugen Augen an. Aus dem Bache, der jetzt schnell, aber sanft daherfloss, steckten blitzende Fischlein die Häupte und schauten ihm nach. Und die Schmetterlinge umflogen ihn ohne Scheu und setzten sich auf seine Kleider. Der Bach kam aus einem klaren Weihe in der Mitte des Tales geflossen. Hier lagen Bemoste, von Rosen überrangte Felsentrümmer verstreut. Auf einen derselben setzte sich Walter. Sein Herz pochte in seliger, sehnsüchtiger Unruhe, als müsse ihm ein Wunderholdes begegnen. Er schaute sich um in der Erwartung, es möge kommen. Aber es war alles so einsam dort. Da war nur die sonnige, rosige Luft und Blühen und Gesang und das Genormel des Baches. Fernerhin ragten die stillen, sonnenbeschienen Bergwände steil auf, und auf ihrem Gipfel hoben sich frei und luftig einzelne Fichten gegen den blauen Himmel ab. In seiner Nähe stand ein herrlicher Rosenstrau, über und über mit blassroten Blüten bedeckt, dass man fast keine Blätter mehr sah. Ein rankendes Gewächs hatte sich an ihm empor gewunden und ließ oben zwei herrliche blaue Blumen aus dem Rot hervorscheinen. Seine blaue Blume fiel ihm jetzt ein. Er hielt sie noch in der Hand und sah nun, dass es dieselbe war, wie dort in den Rosen. Sorgfältig bake sie jetzt in seiner Brusttasche. Von dem schönen Rosenstrauche konnte er kein Auge verwenden. Es war ihm, als müsse dort das süße Geheimnis verborgen liegen. Wie er so darauf hinstarrte, schienen die roten Rosen ineinander zu fließen und zu schwimmen. Die blauen Blumen schauten ihn wie ein paar tiefe Augen an. Es schimmerte wie Sonnengold darüber hin. Und nun trat ein wunderherrliches Weib in fließendem blassroten Gewande mit lang hinwallendem goldenen Haar dahinter erfuhr. Sie hob den weißen Arm zum Gruß und trat ihm entgegen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich rief dich, sprach sie. Walter war aufgestanden und schaute dem schönen Weibe entzückt ins Gesicht. Woher kennst du mich, du Herrliche? rief er. Ich sah dich nie. Aber ich sah dich oft, sprach sie, indem sie nebeneinander hinwandelten. Wenn du unter einem Baume saßest und nur Augen hattest für deine Blumen, lag ich oft neben dir auf einem sonnen bestehenden Zweige und sah dir zu. Ich bin oft neben dir gewandelt, wenn du über die sonnige Wiese gingst und du meintest, es sei ein leiser Windhauch. Heute saß ich über dir am Bach und ließ Rosen hinab schwimmen, sie, so. Damit strich sie über ihr Gewand und so, wie sie dasselbe berührte, quollen Rosen unter ihren Händen hervor und glitten zur Erde. Walter sah sich um. Die Schlangenlinie, aus welcher sie durch das Gras gewandelt waren, war durch Rosen bezeichnet. Die schöne Frau lächelte und winkte mit der Hand und da zerging sie in der Luft wie ein rosiger Nebel. Sie standen jetzt am Weiher und schauten beide in den klaren Wasserspiegel. Walter blickte sein gebräuntes dunkles Antlitz drunten neben dem schönen rosigen von Goldhaar umwalten. Unwillkürlich schaute er dem schönen Weibe in die Augen. Die schauten ihn an so sieghaft und verzehrend. Des Mundes schöne Rose neigte sich ihm entgegen und er beugte sich nieder und küßte sie. Du bist mein sprach sie dann. Du bist mein schmieden blauen Augen leuchteten ihn an. Ihr voller weicher Arm schlang sich um seinen Nacken und so wandelten sie weiter. Sie sprachen nicht mehr viel. Nur zuweilen blieben sie stehen, sahen sich in die Augen und küßten sich. Dann setzten sie sich nieder auf einen schwellenden Moossitz am Wasser und kosten miteinander. Sie wand ihr langes Gold Haum sein Hals und gab ihm die süßesten Schmeichel nahm. Bald blickten ihn die schönen blauen Augen verzehrend an. Bald glühte der rote unersättliche Mund auf dem Sein und im Herzen entbrannte wie mit Feuerflamm eine gewaltige sinnbetörende Liebe zu dem verführerischen Weibe. Die ganze Welt lag in rosenrotem Schimmer. Walter schwindelte das Herz in der Brust und es verging ihm die Sinne. Auf welche Weise er wieder in das Dorf zurück und in seine Wohnung zu den guten Müllers Leuten gekommen war, vermochte Walter am anderen Tage sich nicht zu erklären. Als er an sein Erlebnis zurückdachte, meinte er, es für einen wunderherrlichen Traum halten zu müssen, obgleich er die blaue Blume in seiner Tasche fand. Eine verzehrende Sehnsucht und Unruhe hatte sich seiner bemächtigt und unwillkürlich suchte er wieder den gestrigen Weg auf. Und als er wieder dort war, wo der Bach hervorbrauste, rührte er die Felsenwand mit seiner welten Blume an. Aber alles blieb starr und stumm. Nur eine Elster, welche hoch über ihm durch die Wipfel der Bäume flatterte, erhob ihre Stimme und schien ihn auszulachen. Plötzlich fiel ihm alles wieder ein, dessen er sich vorher nicht mehr erinnern konnte. Und dass jenes schöne Weib ihn gewarnt habe, zu irgendjemand von seinem Glück zu sprechen, wenn er es nicht gänzlich zerstören wolle. Die blaue Blume würde ihn rufen. Wenn die aufblühe und dufte, dann soll er kommen und das Felsentor würde sich vor ihm auftun. Bleibe sie aber welk, so würde er vergeblich pochen. Nun wandelte Walter nur noch wie im Traum auf der Welt umher. Er ging seinen gewohnten Beschäftigungen mechanisch nach, aber seine Seele war nicht mehr dabei. Hundertmal am Tag nahm er die blaue Blume hervor und schaute sie an. Und wenn sie dann wunderbar erblühte und den herrlichen Duft aushauchte, erfasste ihn die unbezwingliche Sehnsucht und trieb den Willenlosen über Felsen und Gründe zu seiner schönen Geliebten. Er saß gern am Ufer des Baches und schaute in sein sprudelndes Wasser. Es kam ja aus ihrem Tale. Er dachte nur an ihre Rosenschönheit und ihre sieghaften blauen Augen. Zu Weilen überkam ihn ein triumphierendes Gefühl, wenn er dachte, dass ihn ein so herrliches Wesen liebe. Und er stieg gern auf die hohen Felsenspitzen und jubelte eins ins Weite hinaus. So hatte er einige Zeit im Taumel der Wonne gelebt, als er eines Abends wieder im Wirtshaus allein und träumerisch an einem Tische saß und in sein Weinglas starrte, aus dessen Grunde ihm ihr Antlitz entgegen zu lächeln schien. An einem anderen Tische hatten sich eine Anzahl junger Burschen aus dem Dorf eingefunden, welche, vom Weiner angeregt, laut sprachen und lachten. Bald kam das Gespräch auf Lebensabenteuer und einer der schmucksten Burschen des Dorfes, welchem der Wein schon zu Kopf gestiegen, fing an, von seinem Glück bei den Mädchen zu prahlen. Andere mischten sich ein und rühmten sich gleichfalls. Walter hatte unwillkürlich zugehört. Ihm schien das so nichtig, dessen sie sich rühmten, wenn er an seine Liebe dachte. Ihn überkam ein stolzes, verachtendes Gefühl, wie die da weiter schwatzten. Da sah der eine Bursche lachend zu ihm herüber und rief, Na, und ihr da? Ihr seid so still und habt gar nichts zu Kauf. Blumen und Steine kennt ihr wohl, aber wie ein Mädchen Kuss schmeckt, habt ihr wohl noch nie erfahren. Die anderen Burschen lachten, doch Walter spürte plötzlich den betäubenden Duft der blauen Blume. Es wogte und stürmte in ihm. Vor seinen Augen schimmerte es blau und rosig und in seinen Ohren klang es wie das Rauschen und Murmeln des Baches. Da rief der Bursche wieder, seht den da, er wird schon rot, wenn man nur davon spricht. Walter sprang auf, um hinaus zu eilen. Oh, wenn ihr wüsstet, wie ich euren niederen Sinn verachte, rief er, wenn ihr wüsstet, wie mir ein anderes, herrliches Glück blüht, wie es euch in euren kühnsten Träumen nicht erschienen ist, wenn ihr wüsstet. damit hat er die blaue blume hervorgezogen und verstummte ihn jäh im Schreck, denn ein herrliches blaues Leuchten ging von ihr aus. Das ganze Zimmer war von einem blauen Lichtglanz erfüllt und unheimlich lag der Schein auf den entsetzten Gesichtern der Burschen. Die blaue Blume murmelten sie in banger Scheu und still entfernte sich einer nach dem anderen. Walter stand noch immer starr da im Bewusstsein seiner Übereilung. Schwächer und schwächer war der Schein und Duft der Blume und der Losch endlich ganz als auch der letzte das Zimmer verlassen hatte. Er hörte noch mit halbem Ohr, wie der zitternde Wirt ihn ersuchte, von nun an sein Gastzimmer zu meiden. Und dann stürzte er fort in den dunklen Wald hinaus. Seit dieser Zeit wurde Walter im Dorfe nicht nicht gesehen. Bären suchende Kinder und alte Leute, welches Holz im Walde sammelten, brachten zuweilen Nachricht über ihn. Der eine hatte ihn auf einem Felsen sitzen sehen und unverständliche Klagen ausstoßen hören. Der andere war ihm auf seinen ruhelosen Gängen begegnet. Ein fremder Holzhauer der Gegend unkundig war sogar bis zu der verrufenen Felsenschlucht verirrt und hatte Walter gesehen, wie er wilde, klagende Rufe ausstoßend mit blutigen Fäusten gegen den Felsen geschlagen hatte. Da war ihm ein Grauen gekommen und er hatte sich eilends entfernt. Endlich, nachdem man einige Zeit nichts mehr von ihm gehört und gesehen hatte, wird ein Jäger ihn tot am Ufer des Baches und in der fest zusammengeballten Rechten hielt er die vertrocknete blaue Blume. Der Maler Es war einmal ein Maler, der malte viele schöne Bilder. Es waren Wälder, Wiesen, Flüsse und blaue Berge darauf und zu den Menschen, welche darin umhergingen, hätte man gleich guten Tag sagen mögen. Wo andere Leute nur viele gesunde Bäume sahen oder ein fischreiches Wasser oder regenverkündende Abendwolken oder eine dürre Heide darauf nichts wuchs, da war es für ihn ganz anders. Denn er sah die Schönheit in den Dingen und trug sie nach Hause und es ward ein Bild. Das war aber so zugegangen. Als er noch ein ganz kleiner Knabe war und einst allein in seiner Wiege lag und mit seinen Händchen spielte, war mit einem Male das Zimmer voller Rosenschein. Denn eine Fee stand an seiner Wiege. Sie war sehr schön, denn es war die Schönheit selber. Der kleine Knabe streckte ihr gleich beide Arme entgegen und wollte sich in der Wiege aufrichten. Allein das konnte er noch nicht. Die Fee beugte sich darum zu ihm nieder und küßte ihn auf beide Augen. Dann hielt sie ihre Hand segnend über ihn und verschwand wie der Sonnenschein verschwindet, wenn eine Wolke vor die Sonne tritt. Nachher trat die Mutter ein, um nach ihrem Liebling zu sehen und verwunderte sich, dass der Knabe ganz still in der Wiege lag und schlief. Und um sein Gesicht war es wie ein himmlischer Schein. Es ist ein Engel da gewesen, sagte die Mutter, setzte sich leise an die Wiege und sah zu, wie das Kind schlief. Seit der Zeit hatte er den Schönheitsblick und darum war er auch später ein Maler. Er sah aber nicht allein die Schönheit in dem Ding, sondern er sah auch noch vieles andere, welche die klugen und überaus vernünftigen Menschen, deren es überall mehr als genug gibt, niemals zu erblicken vermögen. Wenn er allein in Wald und Gebirge umherschweifte, so sah er zwischen den bemohsten Steinen die Zwerge wirtschaften. Sie kamen aus den Felsenspalten hervor und breiteten kostbares Goldgeschirr und herrliche Stoffe in der Sonne aus. Sie hockten unter dem Farnkraut und spielten auf seltsamem Hafen. Sie trieben allerlei drollige Spiele und machten sich viel Arbeit mit Hämmern, Schnitzen und Pochen. Im Mondschein sah die Nixen im Bache baden. Sie tauchten auf und nieder und lachten und sangen den Nixen Gesang. Zuweilen schlugen sie das Wasser, dass es im Mondschein wie tausend Perlen schimmerte. Oder es lag ein Teich da mit weißen Wasserrosen, umgeben von hoher Schilfwand. Dort belauschte er die Elfen. Sie tanzten im Mondenschein um ihre Königin und waren wie aus Mond durch schimmertem Nebel geformt. Dies alles und noch viel mehr sah der junge Maler und bewegte es in seinem Gemüt. Danach versuchte er nachzubilden, was er gesehen hatte, und siehe, es gelang ihm. Da waren die Zwerge, die Nixen und Elfen und der sonnige Wald und das mondbeschienene Wasser, so wie er es geschaut hatte. Er hatte schon eine ganze Mappe voll Zwerge, Elfen und Nixen gezeichnet, da kam eines Tages eine Schwalbe in sein offenes Fenster geflogen. Kuiwitz, kuiwitz, schwang sie sich an den Bildern vorbei, welche dort standen, und schoss wieder hinaus in den Sonnenschein. Die Schwalbe aber hatte wohl gesehen, was auf den Bildern war, und als sie über dem Wasser flog, erzählte sie es den Nixen, welche im Rohre saßen und sich Perlenschnüre machten. Und die Nixen erzählten es den Elfen und von diesen erfuhren es die Zwerge. Da sie nun alle neugierig waren, so beschlossen sie, dass die Elfen, welche so leicht in der Luft fortkommen konnten, in einer Mondschein Nacht hinfliegen sollten, um die Bilder zu sehen. Denn die Zwerge mochten mit ihren kurzen Beinen nicht so weit laufen, und wenn die Nixen auch in dem Kanal hätten bis an das Haus des Malers schwimmen können, so scheuten sie sich doch vor der Nähe der Menschen. Eines Nachts, als gerade der Vollmond schien und der Maler eben zu Bette gegangen war und nachdenklich in den breiten Mondstreifen sah, der zu seinem Fenster hineinstand, hörte er ein leises Klingen und Singen vor seinem Fenster. Und dann schwebten sie im Mondschein hinein in sein Zimmer, lauter, zarte, helle Gestalten, dass das ganze Zimmer von sanftem Lichte erfüllt war. Auf seiner Staffelei stand gerade ein Bild, welches den Elfenreigen darstellte. Und als die Elfen es sahen, drängten sie sich alle herzu und kicherten und schwatzten und riefen »Das bist du« und »Das bist du«. Und dann überkam sie gleich die Tanzlust. Sie drehten sich im Elfenreigen, gerade wie es auf dem Bilde dargestellt war. Dann schwebten sie im ganzen Zimmer umher und besahen die Bilder und öffneten die Mappen und zogen alles hervor. Und bei den Zwergenbildern riefen sie »Da ist Streubebad« oder »Seht doch den Sauferich« Und bei den nächsten Bildern riefen sie »Guten Abend, Velgunde« oder »Sieh da« »Woge Linde« und dergleichen mehr. Dann steckten sie die Köpfe zusammen und wisperten miteinander und schauten sich um nach dem Maler, der schnell die Augen zumachte. Nun war's um ihn wie ein lindes weiches Wehen und er fühlte sanfte Küsse wie Blumenblätter, die der Frühlingswind an die Lippen weht. Und als er hernach die Augen öffnete, war alles verschwunden. Nur der einsame Mondschein war noch dort. Und danach schlief er ein. Später kamen nun aber die klugen und überaus vernünftigen Menschen, deren es ein halben mehr als genug gibt, besahen diese Bilder und sprachen »Ei, seht doch den Maler! warum malte nicht Dinge, die da sind und die man begreifen kann? Ei, seht doch diese Fantasie, Gespinste und Schnarrwerke, die nicht waren, nicht sind und niemals sein werden!« Und die klugen und überaus vernünftigen Menschen beguckten sich die Bilder auf alle Arten, von nah und fern, durch Brillen und Fernrohre und durch die hohle Hand. Sie traten sich vor lauter Eifer auf die Zehen und sprachen so viele Worte der Weisheit, dass es ein wahrer Jammer war. Als aber der Maler hörte, was die klugen Leute sagten, da lachte er und ließ sie reden. Denn er wusste es ja viel besser. Die Geschichte des jungen Herrn Anton Lange Zeit sprach man in der ganzen Stadt nur von dem jungen Herrn Anton und seinem ungeheuren Glück. Vor fünf Jahren erst war in das große Handlungshaus Kaspar Blum eingetreten, um die Handlung zu erlernen. Dann, vier Jahre später, hatte der berühmte Handelsherr den tüchtigen, aber gänzlich mittellosen Jüngling zum Teilhaber seiner Handlung gemacht. Und jetzt, da der alte Blum ohne Erben gestorben war, erfuhr man gar, dass er Anton zum Inhaber seiner Firma und seines bedeutenden Vermögens eingesetzt hatte. Es konnte nicht fehlen, dass dies dem vom Glück Begünstigten eine Menge offenkundiger Freunde und heimlicher Feinde eintrug, worüber sich niemand wundern wird. Jedoch das Glück, sofern es nicht durch harte Arbeit und sauren Schweiß errungen wird, übt im Allgemeinen keinen veredelnden Einfluss auf die Menschen aus. Und so verfehlte Anton nicht, durch ein hochfahrendes Benehmen und durch die Sicherheit und den Glanz seines Auftretens die Zahl seiner Feinde treulich zu vermehren. Doch diese gerade ließen es sich am wenigsten merken. Sie verstanden, das Weihrauchfass so herrlich zu schwenken, dass hinter dem Dunst der Schmeichelei und dem Wohlgeruch zierlicher Redensarten ihre wahre Gesinnung verborgen blieb und sich Anton von ihrer treuen Freundesanhänglichkeit festiglich überzeugt hielt. Er war im Grunde eine tüchtige Natur und hatte ein gutes Herz, das sich gar oft hilfreich und freundlich betätigte. Allein, ihm war noch das Behagen der Jugend an Prunk und äußerem Schimmereigen, er liebte es, sich durch prächtige Pferde, durch köstliche Gastmale und rauschende Feste hervorzutun und ließ oft andere mehr als billig das Gewicht seiner Macht fühlen. Sein Glück zu vollenden, verlobte er sich ein Jahr nach dem Tode des alten Blom mit einem Mädchen aus vornehmem Geschlecht, das allgemein nur die schöne Jukunde genannt ward, weil sie wegen ihrer Schönheit weit und breit berühmt war, so dass seinem Streben, sich durch Glanz und Pracht hervorzutun, auch hierin Genüge geschah. Selten dachte er zurück an sein stilles Heimatdorf und an den beschränkten Kreis, in dem er seine erste Jugend verlebt hatte. Er war nur einmal wieder dort gewesen auf kurze Zeit und hatte seine Mutter wieder gesehen. Er fand sie behaglich eingerichtet durch die Unterstützungen, die er ihr reichlich hatte zugehen lassen, und sie war hoch erfreut, ihren größten Stolz wieder in ihre Arme zu schließen. Im Übrigen fühlte er wenig Behagen an seinem Heimatsort. Die kleine Veronika, eine arme Weise, die mit ihm bei seiner Mutter erzogen worden war, trat ihm schüchtern als erwachsenes Mädchen entgegen, und er lächelte im Stillen über ihr ländliches Wesen, wenn er zumgleich an die schöne Jukunde dachte. Teilnehmende Nachbarn, die ihn zu begrüßen kamen, langweilten ihn unaussprechlich mit dem beschränkten Kreis ihrer Anschauungen, und ein alter Dorfschuster, der früher sein bester Freund gewesen war und ihm unzählige Geschichten erzählt hatte, kam ihm grenzenlos gemein vor und roch deutlich nach Schnaps. Nach kurzem Aufenthalt kehrte er in die Stadt zurück und setzte sein früheres Leben fort. Tagsarbeit, abends Gäste Kühne, kaufmännische Spekulationen, die seinen Reichtum Tag für Tag vermehrten, und eine glänzende Schaustellung dieses Reichtums füllten seine Tage aus. Hm, es konnte nicht ausbleiben, dass ihnen in diesem Treiben doch zuweilen eine Leere überfiel. Ewiges Vergnügen und ganz besonders ewige Schmeichelei wirken wie starke Wohlgerüche. Sie stumpfen die Nerven ab. Einst an einem schönen Frühlingsmorgen, es war in der Mitte des Juni, erwachte er und vermochte nicht wieder einzuschlafen. Es war immer, als wäre draußen etwas, das ihn riefe, das mit sanfter Gewalt nach ihm verlangte. Er stand auf und ging durch die Morgenstille statt ins Freie einen Spaziergang machen. Dabei geriet er auf den Weg, der zwischen den Wiesen entlang führt, und sich der glänzende Fluss zur Seite durch blühende Wiesen windet. »Ich weiß nicht«, dachte Anton, »das liegt wohl heute in der Luft, mir ist so sonderbar zumute, und die Welt zieht mich so verzaubert an, als hätte ich eine rosenrote Brille auf, wahrhaftig ganz rosenrot, und wenn der Wind über die Wiesen haucht, dass sich die Gräser neigen, so duftet es ganz wie wilde Rosen.« Aus dem Eichenwalde, der vor ihm lag, sah er nun ganz deutlich, da stieg es auf wie eine blassrote Säule von Duft. Die breitete sich in der Höhe weit aus und erfüllte niedersinkend die ganze Luft mit einem sanften roten Scheine. Immer stärker duftete es nach wilden Rosen, und mit unerklärlicher Gewalt trieb es Anton dem Walde zu, dessen gewaltige Eichen im Sonnenschein emporragten. Dort war's ganz still. Nur die Sonne schien auf die Stämme und warf durch die Lücken der weitläufig stehenden Bäume ihre Lichter. Kein Vogel regte sich, kein Specht hämmerte, keine Maus raschelte in den Blättern. Anton hörte nur seine eigenen Tritte und seine Atemzüge bei dem raschen Gange. Nun war das Unterholz dichter, die zwei geschlugen ihm ins Gesicht, und zuweilen musste er sich mühsam durch die Büsche wenden. Aber immer stärker ward der Rosenduft. Manchmal stand er und lauschte. Dann war es ihm, als höre er in der Ferne den Gesang einer Nachtigall. Dorthin trieb es ihn weiter, aber es schien, als bliebe der Gesang immer in gleicher Ferne, traumhaft verschwommen, tönte er zu ihm herüber. Eben war er wieder durch dichtes Buschwerk gekrochen und stand auf einem sonnenbeschienenen freien Platze, auf dem ein einsamer Schmetterling gaukelte, das erste lebende Wesen, das er bemerkte. Da schien es ihm, als wenn die dahingezogenen Töne der Nachtigall aus größerer Nähe ertönten, und zugleich bemerkte er über sich am Himmel den rosigen Schein. Und durch die Kronen der Eichen zog es wie ein leichter roter Nebel dahin. »Vorwärts«, sagte er und drängte sich wieder durch das Gebüsch. Wie mit langen, schlanken Armen fassten ihn die Ranken, die zwei gerissen ihm das Gesicht blutig, er stolperte über Wurzeln, die knochig aus dem Boden ragten, aber unermüdet arbeitete er sich fort. Denn näher und näher hörte er den zauberhaften Gesang, und der Rosenduft ward fast betäubend. Jetzt klärte sich das Gebüsch. Er sah es rot durch die Stämme schimmern wie lauter Rosen, und mitten aus dem Scheine drang der jubelnde Gesang hervor. In der Mitte einer Waldlichtung stand eine mächtige, uralte Eiche, über und über bis in die höchste Spitze überrangt und überblüht von wilden Rosen, aus deren tausend Kälchen der Duft wie ein leichter Rauch unablässig emporstieg. Er schritt näher hinzu. Ihn schwindelte fast von den schweren Rosendüften und von dem betäubenden Gesänge, allein zwischen dem blühenden Rankengewirr leuchtete etwas wie ein roter, ruhigstrahlender Stern hervor. Das, dünnte ihm, müsse etwas Herrliches und Kostbares sein, wie es nichts Zweites gebe auf Erden. Er bog die Zweige auseinander, und siehe, der Schein kam aus einem kleinen Vogelneste und ging von einem Ei aus, das rot und durchsichtig wie ein geschliffener Edelstein strahlte. In dem Augenblick, als er es ergriff, zog es ihm glühend heiß durch alle Adern. Ein Schwindler fasste ihn, rote, glänzende Wolken zogen vor seinen Augen vorbei, und während er noch wie im Traume den mächtigen, jubelnden Gesang der Nachtigall vernahm, verging ihm die Sinne, und er sank zu Boden. Als er wieder zum Bewusstsein zurückkehrte, lag er im Grase unter einem blühenden Rosenbusch, der seine Zweige über ihn hinstreckte. Nicht weit davon zog sich der Weg durch den Eichenwald. Die Welt sah wieder wie gewöhnlich aus, und die Sonne zitterte durch die leicht bewegten Zweige, in denen ein Fink unermüdlich sein schmetterndes Lied sang. Er war ganz wöhr im Kopf, als er sich aufrichtete. Dunkel erinnerte er sich des Vergangenen. »Ach, wie man doch träumen kann«, sagte er. »Daran sind doch nur die Rosen schuld mit ihrem betäubenden Duft.« Da fühlte er etwas Hartes in seiner rechten Hand, die er fest geschlossen hielt, und beim Öffnen strahlte ihm ein roter, eilförmig geschliffener Stein entgegen. »Was«, rief er aus, »was, kein Traum?« Und plötzlich stand alles klar vor seiner Erinnerung. Ein leichter Schauer überkam ihn, ein Grauen vor dem Unerklärlichen. Er versank in Gedanken. »Ei«, sagte er dann, als er wieder aus seinem Nachdenken erwachte, »was hilft das Grübeln?« »Der Stein ist da, vielleicht ist er wertvoll.« Und damit ließ er ihn in seine Uhrtasche gleiten. Nachgrübelnd schlenderte er durch den Wald dahin. Er hatte den Weg wieder verloren und kam bald auf eine schöne, einsame Waldwiese, wo Rehe friedlich standen und äßten. Er ging auf sie zu. Manchmal hockte das eine oder das andere lauschend den Kopf und spähte nach der Richtung, wo er fast lautlos im weichen, kurzen Grase auf sie zuschritt. Allein ruhig senkten sie ihn wieder zum Boden nieder. Jetzt stand er dicht vor ihm. Fast konnte er das Nächste mit der Hand berühren, aber keines der Tiere schien auf seine Aufmerksamkeit zu achten. Keines verriet Furcht vor seiner Gegenwart. »Ist denn heute alles verzaubert?«, dachte er, indem er die Hand ausstreckte, um das eine der zutraulichen Tiere, das sich ihm genähert hatte, zu liebkosen. Kaum aber hatte seine Hand dessen Hals berührt, als es entsetzt zusammenfuhr und wie von einer Otter gebissen in die Luft sprang, und als nun gar Anton seine Stimme schmeichelnd erhob, kam plötzlich ein panischer Schrecken über die Rehe, und voller Entsetzen stürmten sie über die Wiese hin dem Walde zu. Unter dessen ragenden Stämmen bald ihre eiligen Sprünge verhalten. Anton schaute den Tieren verwundert nach. Ihnen kam ein Schauern an in dem einsamen Walde, trotzdem die Sonne schon hoch am Himmel stand. Er sehnte sich, Menschen zu sehen, und eilte, den Weg zu erreichen, damit er wenigstens Spuren menschlicher Anwesenheit erblicken möchte. Er musste auch eilen, um wieder in der Stadt zu sein, denn er hatte seine Freunde zum Frühstück zu sich geladen. Bei dem hastigen Herumstreifen im Walde war aber ganz irre gelaufen, und er freute sich sehr, als auf einem Wege zwei Bauern daherkommen sah, die wahrscheinlich in einem Nachbardorf in der Kirche waren. »Ihr guten Leute«, redete er sie an, »könnt ihr mir sagen, wie ich auf dem nächsten Wege zur Stadt komme?« Die Bauern schauten wild um sich in den Wald und oben in die Bäume und sahen sich dann zitternd und entsetzt an, sodass Anton laut auflachte und, indem er den Nächsten mit der Hand auf die Schultern schlug, ausrief, »Leute, seid ihr toll?« »Du gib mir doch Antwort!« Aber kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, als die Bauern schreiend wie in Todesangst davonstürzten und in wenigen Augenblicken hinter den Bäumen verschwanden. Ganz verwirrt schaute Anton ihnen nach. »Ist denn heute alles verdreht?«, murmelte er und ging kopfschüttelnd weiter. Bald hörte er eine Quelle am Wege rauschen, und es fiel ihm ein, einmal in den Wasserspiegel zu sehen, ob er vielleicht etwas Abschreckendes im Gesicht trage. Er fasste einen überhängenden Ast an einer Stelle, wo sich in einer kleinen Bucht das Wasser zu einem klaren Spiegel gebreitet hatte, und schaute hinab. Weiter und weiter neigte er das Haupt. In seinen Zügen mischte sich Grauen mit Erstaunen. Er sah in dem klaren Spiegel von dem Baume, unter dem er stand, deutlich jedes Zweiklein, jedes Blatt, die überhängenden Geise am Ufer, wo seine Füße standen, und tief unten den blauen Himmel mit einer weißen, rundlichen Wolke. Alles sah er genau, doch weiter nichts. Er richtete sich erregt auf, der Schweiß trat ihm vor die Stirn, und tief atmend stand er eine Weile da, und es wirbelte in seinem Kopf. Dann beugte er sich noch einmal weit vor und starrte atemlos hinein, aber es war alles wie zuvor. Nur schien in die weiße Wolke wie mit menschlichen Zügen unheimlich anzublicken. »Unsichtbar«, rief er aus, indem er zugleich vor dem Klang seiner eigenen Stimme erschrak. Und er sank in das hohe Gras, denn seine Füße versagten ihm in seiner Aufregung den Dienst. Aber seine Gedanken arbeiteten hastig fort, und auf einmal dämmerte es in seinem Gehirn, und eine alte Geschichte fiel ihm ein, die ihm seine Großmutter erzählt hatte, als er noch ein kleiner Knabe war. »Alle hundert Jahre«, hatte sie erzählt, »lässt der Engel, der den Garten des Paradieses zu hüten hat, eine Nachtigall ausfliegen, damit sie die irdischen Nachtigallen lehre, dass sie ihre himmlischen Gesänge nicht vergessen. Die sind gar wunderherrlich, und alle Vögel, die es hören, lauschen und schweigen, solange sie singt. Die Nachtigall aber nimmt sich eine Gefährtin, und sie bauen sich ihr Nest in einem wilden Rosenstrauch. Dann legt das Weibchen eines Morgens ein einziges rosenrotes Ei, und wenn das geschehen ist, singt die Nachtigall aus dem Garten des Paradieses so schön und wunderherrlich, dass niemand widerstehen kann, wer diesen Gesang hört. Er muss ihm folgen. Nur bis zum Mittag bleibt das Ei sichtbar, dann versprüht es in eitel Rosenduft. Findet es aber ein Mensch vor dieser Zeit, so bleibt es und wird hart wie ein Edelstein. Dies Ei hat die Gabe, dass es den Menschen, die er es auf dem Herzen trägt, unsichtbar macht, und alle Leute, mit denen er in Berührung kommt, veranlasst, über ihn die Wahrheit zu sprechen. Als Anton diese Geschichte wie ein Blitz durch die Erinnerung gezogen war, griff er schnell nach der Uhrtasche, wo der Edelstein ruhte, und zog ihn hervor, um ihn zu betrachten. Dabei beugte er sich etwas vor, und als er zufällig ins Wasser schaute, blickte ihm sein bleiches, aufgeregtes Antlitz daraus entgegen. Die Gedanken schossen wild und toll durch seinen Kopf. Im Besitze dieses wunderbaren Steines gab es für ihn ja kein Geheimnis, keine Tür und keine Schranke mehr. ihn fieberte fast bei diesem Gedanken. Allmählich berückten sich seine Sinne, und ihn drängte es jetzt fort, die Kraft des wunderbaren Steines weiter zu erproben. Er eilte den Weg entlang. Plötzlich ward es heller vor ihm, die Bäume lichteten sich, und er sah sich am Ende des Waldes. Vor ihm im Wiesental lag die Stadt dem Dufte des Sonnenscheins. Ihm fielen die zum Frühstück eingeladenen Freunde wieder ein, und er schritt schnell auf dem näheren Fußpfad auf die Stadt zu. Er schaute sich um nach Menschen, allein rings war alles einsam, nur die Lärchen trillerten in der Luft, und die Goldammern zirrten am Wiesenrand. In der Stadt war alles beim Mittagessen, die Straßen waren öde und voll Sonnenschein. In dem Fenster des Torhauses nickte schläfrig der Torwart. Anton nahm ihm übermütig seine Zipfelmütze vom Kopf und setzte sie dem neben ihm liegenden Spitz auf. Er gützte sich eine Weile an dem entsetzten Gesicht des Mannes und eilte weiter. Aus dem stattlichen Hause, das er bewohnte, sah er schon aus den offenen Fenstern einige seiner Freunde auf die Straße schauen. Wahrscheinlich blickten sie nach ihm aus, denn es war schon eine Stunde nach der festgesetzten Zeit. Auf der Treppe begegneten ihm zwei seiner Diener, die er stets besonders bevorzugt hatte, weil sie ihm am treuesten ergeben schienen. »Na«, sagte der eine, »wo sich der Herr wohl herumtreibt, es ist eine Schande, so einen Herrn zu haben, der im Walde herumläuft wie ein Schulknabe und so vornehme Gäste warten lässt.« »Ja«, meinte der andere, »wenn man hier nicht sein Teilchen hinter sich bringen könnte, da wäre ich auch längst fortgegangen und hätte mir eine noblere Herrschaft gesucht.« Klippklapp ging es und jedem Diener saß eine wohlgezielte Ohrfeige auf der Backe. Sie sahen sich erschrocken und wütend an, denn jeder glaubte, der andere habe es getan und als Anton die Treppe hinauf eilte, hörte ihr gegenseitiges Geschimpfe, bis er in die Tür trat, die zufällig von einem anderen Diener von innen geöffnet wurde. Die Freunde standen und saßen gelangweilt im Zimmer umher, einige Gruppen beieinander sich unterhaltend, einer fing fliegen, ein anderer gähnte und sah jede Minute nach der Uhr. Anton trat zu einer Gruppe, die seine besten Freunde gebildet hatte. Sie saßen in einer Ecke und sprachen miteinander. Der dicke Leonard schnüffelte plötzlich mit seiner roten Nase umher und sprach, »Moi, wie riecht es hier nach Rosen?« »Nur aber ein Bratengeruch wäre mir jetzt lieber.« »Pf, dieser Anton wird immer übermütiger, uns hier auf das Essen warten zu lassen.« »Wisst ihr, wenn man hier nicht am besten speist in der ganzen Stadt, ich würde mich den Teufel um den langweiligen Kerl kümmern.« Die anderen Freunde stimmten ein und der junge Raimund, der aus der reichsten Familie der Stadt stammte und in seinem ganzen Leben weiter nichts getan hatte, als seine ihm angeborenen Zinsen zu verzehren, meinte, »Man merkt diesen Emporkümmling ihre Herkunft doch immer an, wenn sie auch noch so sehr bestrebt sind, es zu verbergen.« Berthold, ein Dritter, der viele Ringe an den Fingern trug, wohlgelocktes Haar besaß und nach Essenzen duftete, sprach, »Seine Braut, die schöne Jokunde, würde vielleicht auch einen anderen erwählen, wenn die Musik seiner klimpernden Dukaten nicht seine Liebeswerbung begleitet hätte.« Dabei warf er einen wohlgefälligen Blick in den Spiegel und drehte sein zierliches Bergchen. Anton ward vom Zorn übermannt, als er die, die er für seine besten Freunde gehalten hatte, in solcher Weise über sich sprechen hörte. Und schon wollte er sich entdecken, um diese Heuchler zu entlarven, als ihm einfiel, dies könne er am Ende noch durch ein besseres Mittel erreichen. Er benutzte die nächste Gelegenheit, um, während seine Freunde gerade im besten Zuge waren, alle seine schlechten Eigenschaften wechselseitig aufzuzählen, aus der Tür zu schlüpfen und begab sich eilends in seine Geschäftsräume. Dort machte er sich wieder sichtbar, brachte sein Haar und seine Kleidung in Unordnung, zerknitterte einen Brief, den er an diesem Morgen erhalten hatte und trat mit diesem, indem er seine Gesichtszüge einen traurigen und niedergeschlagenen Ausdruck annehmen ließ, plötzlich zu seinen Freunden ins Zimmer. Ein allgemeiner Jubel tönte ihm entgegen, der jedoch bald verstummte, als man sein trostloses Aussehen bemerkte. »Meine Freunde«, sprach er, »in einer lustigen Angelegenheit dachte ich, euch heute zu sehen. Zu einer Traurigen seid ihr gekommen. Soeben habe ich die Nachricht erhalten, dass das große Handelshaus Jan-Peter von Lölfen in Amsterdam feiert hat. »Es wird euch nicht unbekannt sein, dass meine Verbindungen mit diesem Hause derartig sind, dass dieser Bankrott ohne eure Hilfe den meinigen unfehlbar nach sich zieht.« Als Anton die starren und entsetzten Gesichter der Freunde bemerkte, die im ersten Augenblicke nichts zu erwidern wussten, fuhr er fort, »Doch wie darf ich klagen, wenn ich euch, meine lieben Freunde, um mich sehe? Viele von euch sind wohl begütert, und wenn ihr euch alle zusammentut und mir helft, wie es guter Freund der Art ist, so wird dieser Schlag an mir vorübergehen und in nicht zu langer Zeit alles wieder gewonnen sein. Darum lasst uns auch heute nicht in Sorgen sein, setzen wir uns zum Male und lasst uns anstoßen auf unsere gute Freundschaft. Morgen kommt ihr dann alle zu, mir, das weiß ich schon, dass jeder nach seinem Vermögen dazu beitragen wird, mich aus dieser schlimmen und unverschuldeten Lage zu befreien. Gönnt mir nur noch einen Augenblick Zeit, um einige notwendige Anordnungen zu treffen. Sofort bin ich wieder bei euch.« Damit eilte er schnell hinaus, um sich gleich darauf wieder unsichtbar unter seine Freunde zu mischen. Wen er bis jetzt noch nicht gekannt hatte, den konnte er nun kennenlernen, und zwar von einer sehr unangenehmen Seite. Fast alle verdammten und schalten ihn. Der eine sein Leichtsinn, der andere sein Hochmut, der dritte seine Dummheit und der vierte alles miteinander. Und dabei drückte sich immer einer nach dem anderen heimlich zur Tür hinaus, bis nur noch einige wenige zurückblieben. Da diese nun aber nicht einsahen, was sie allein dort sollten, so gingen sie miteinander fort. Nur sein alter Buchhalter, den er noch von dem alten Herrn Blom übernommen hatte, war zurückgeblieben. Der ging im Zimmer auf und nieder und rang die Hände und klagte über den Fall der alten berühmten Handlung. Anton ging still hinaus in seine Schreibstube. Hier übermannten ihn Zorn und bittere Wehmut und fast trabten ihm die Tränen in die Augen. Eine tiefe, schmerzliche Sehnsucht nach Liebe und Teilnahme kam über ihn. Es war ihm, als sei seine Geschichte wahr, und er nun ganz arm und verlassen. Wie ein Blitz durchzuckte ihn der Gedanke an seine Braut. Sie konnte ihn nicht verleugnen, dessen war er sicher. Er beschloss, sie sofort aufzusuchen, machte sich wieder sichtbar und klingelte nach einem Diener. Aber es kam niemand. Die Ratten verlassen das Schiff, murmelte er. Anstattdessen trat der alte Buchhalter ein. Ach, Herr Anton, das Unglück, das Unglück, seufzte er. Siebzig Jahre hat die Firma Kaspar Blum in Ehren bestanden und nun ist alles vorbei. Anton hielt dem Alten den zerknitterten Brief entgegen, den er noch in der Hand trug. Von unserem Agenten in Amsterdam. Es ist richtig, murmelte der Buchhalter. Doch während er las, nahm seine Züge einen ganz sonderbaren Ausdruck an. Er starrte aufs Papier, als könne er seinen Augen nicht trauen und alle Muskeln seines Gesichts fingen an zu arbeiten. Aber, Herr Anton, rief er, nach diesem Briefe haben wir ja einen Gewinn gemacht von, von, was steht hier denn? Das ist ja ein ungeheurer Glücksfall. »Freilich, freilich, Alter«, rief Anton, »ich habe die Schufte bloß belogen, um sie einmal in ihrer ganzen Erbärmlichkeit zu sehen. Doch jetzt muss ich fort. Ihr habt wohl die Güte und lasst sogleich in der Stadt verbreiten, dass die ganze Angelegenheit auf einer falschen Nachricht beruht und das Haus Kaspar Blum in seiner alten Glänze dasteht.« Damit eilte er, den ganz verdutzten alten Mann seiner Verwunderung überlassend, hinaus. Unsichtbar schritt er eilig durch die Straßen. Es drängte ihn, die Gewissheit zu erlangen, dass ihm noch eine Seele treu sei. Er hatte seine Braut aus der Armut hervorgehoben, weil ihre große Schönheit ihm gefiel. Er hatte sie mit allem, was prächtig und kostbar war, überhäuft und er jeden Wunsch erfüllt, bevor er noch ausgesprochen war. Und doch fiel es ihm jetzt schwer aufs Herz, dass er sich noch niemals gefragt hatte, ob sie noch wirklich Liebe. Aber das konnte ja gar nicht anders sein. Er wollte an ihre Liebe glauben. Auf der Straße sah die Leute zusammenstehen und hörte sie miteinander hastig reden. Überall tönte sein Name hervor und selten war er mit Liebe genannt. Nur an einer Straßenecke klagten sich zwei Bettler ihr Leid, denn seine Hand war freigebig gegen sie gewesen und sie glaubten, nur eine gute Kundschaft verloren zu haben. Das tat ihm ordentlich wohl und im Vorübergehen war für jedem ein Goldstück in den Schoß. Trotz seines Kummers musste er lächeln über die verdutzten Gesichter, mit denen sie an der Wand des Hauses, wo sie saßen, empor sahen und gegen ein oben geöffnetes Fenster ihre Danksagungen ableierten und sich nicht genug verwundern konnten, denn dort wohnte der größte Geizhals in der ganzen Stadt. Als er in die Wohnung seiner Braut eingetreten war, zögerte er eine Weile, denn er fürchtete sich plötzlich, sie zu sehen. Rings um ihn war all die Pracht, die durch ihn in die ärmlichen Zimmer gekommen war. Die bunten japanischen Vorhänge vor den Fenstern, die schweren Seidentapeten, der weiche türkische Teppich auf dem Fußboden, die kostbaren, in bunter, eingelegter Arbeit schimmernden Möbel und die hunderterlei zierlichen Geräte und Zieraten zu Schmuck und Gebrauch, alles war von ihm herbeigeschafft, um seiner schönen Braut eine ebenso schöne Umgebung zu schaffen. Aber es sah ihm heute alles so tot und kalt aus und das Licht der Sonne lag so gleichgültig auf dem Ding. Anton, bist du da? schwatzte plötzlich der Papagei in seinem vergoldeten Bauer. Schöne Jokunde, schöne Jokunde. Als sich Anton nach dem Papagei umschaute, schrak er plötzlich zusammen, denn sein Blick fiel in den großen Spiegel, der bis auf die Erde reichte und ihm das ganze Zimmer und alles deutlich entgegen hielt, nur sein eigenes Bildnis nicht. Als er noch so in den Spiegel starrte, hörte er hinter sich Geräusch, eine Tür ging und hinter dem Vorhang trat Jokunde hervor, begleitet von ihrer Mutter. Sie war bekleidet mit einem herrlichen roten Seidenkleide, das ihre volle Gestalt bis an den Nacken schmiegsam umschloss und von den Hüften in prächtigen Falten herniederhing. Um den vollen weißen Hals schlang sich eine schwere goldene Kette, am Schloss mit einem strahlenden Rubin geschmückt, der auf dem weißen Busen wie ein roter Stern schimmerte. Sie trug ein Rubin-Diadem in der Hand und ging zu dem Spiegel, um das üppige braune Haar damit zu schmücken. »Wie riecht es denn hier nach Rosen?« sagte die Mutter. »Du hast wohl von dem Rosenöl gebraucht, das dir Anton neulich von dem türkischen Händler kaufte. Es ist doch unchristlich, wie er das schöne Geld wegwirft.« »Ach, lass ihn doch,« sagte Jukunde, »es macht ihm wohl Freude und mir ist's nicht zuwider.« Dabei hatte sie die Hände zum Haupt erhoben, dass die kurzen Seidenarmel zurückfielen und die schön gerundeten Formen der weißen Arme sichtbar wurden. »Das Geld ist ja nun doch einmal die beste Eigenschaft an ihm, weißt du, ich könnte nun schon einmal keinen anderen gebrauchen als einen reichen.« Dabei schaute sie wohlgefällig im Spiegel auf all die Pracht, die sie umgab. »Er ist reich,« fuhr sie fort, »und ich bin schön. Ich weiß nicht, was mehr ist. Reichtum kann man erwerben, aber Schönheit nimmer. Ich gebe ihm meine Schönheit und er gibt mir sein Reichtum dafür. Ich denke, es ist ein ehrlicher Handel.« Anton zitterte vor Wehmut und Schmerz. Allein er hielt an sich. Er wollte nicht so gleich verdammen. Plötzlich entstand draußen ein Lärm und Gerede. Anton hörte Bertholds Stimme und endlich trat eine Magd ein und meldete, der junge Herr Berthold sei draußen und wolle sich nicht zurückhalten lassen, er habe dem Fräulein etwas Wichtiges mitzuteilen. »Lasst ihn eintreten,« sagte Jokunde. Berthold kam voller Aufregung ins Zimmer und erzählte mit fliegendem Atem, was vorhin bei Anton stattgefunden hatte. Anton sah, wie Jokunde blass wurde und schwankte. Schon wollte er zuspringen, allein besonnen er sich. Berthold fing sie in seinen Armen auf und führte sie zu einem Stuhl. »Es ist vorbei, es ist vorbei,« sagte sie, »nun ist alles vorbei und ich kann nicht mehr zurück, hätte ich diesen Verschwender niemals gesehen.« »Ich habe es ja gleich gesagt,« kreischte die Mutter, »das konnte nicht gut gehen, so mit vollen Händen warf er das Geld weg.« Anton ging hinter den Vorhang und plötzlich trat er sichtbar dahinter hervor. »Jokunde,« rief er, »nun, da mich alles verlässt, willst doch du mich verlassen?« »Geh fort, geh hinweg,« rief Jokunde. »Du hast mich betrogen mit falschen Vorspiegelungen, du hast mich getäuscht, ich fühle mich dadurch von meiner Pflicht befreit, du wirst mir mein Wort zurückgeben.« »Sei frei, Elende,« rief Anton, »du wirst es heute noch bereuen, was du getan hast. Allein ich werde diesen Tag segnen, der mir die Augen geöffnet hat.« Damit eilte er schnell hinaus. Keinen Augenblick länger wollte er sich in der Stadt aufhalten, wo er so viele Enttäuschungen erfahren hatte. Er eilte in seine Wohnung zurück, übergab seinem Buchhalter die Sorge für seine Handlung, bestieg sein schnellstes Pferd und ritt eilends zum Tor hinaus. Er hatte nur eine einzige Hoffnung auf Edenmeer. Das war seine Mutter. Und während er in rasender Eile dahin stürmte, eilten die Gedanken noch viel schneller, und all die kleinen Sünden, die er an ihrer Liebe begangen hatte, zogen wie große Untaten an ihm vorüber. Sein Pferd ermüdete, er nahm sich im nächsten Ort ein neues und stürmte weiter. Nicht Ruhe und Rast ließ es ihm, bis er seine Mutter gesehen hatte. Plötzlich stieg ein Gedanke in ihm auf, dem das Herz zusammenschnürte. Wenn er nun zu spät käme, wenn die, auf die er allein noch hoffte, nicht mehr sei, und er für so viel Liebe und Treue nur einer Toten danken könne. Er trieb sein Pferd dann, bis es nicht mehr weiter konnte. Er ließ es stehen und eilte zu Fuß weiter, und unterdessen war es Abend geworden. Ein Gewitter kam herauf, und der Regen ging in Strömen nieder. Allein er achtete es nicht. Endlich kam ein schnell fahrender Wagen hinter ihm her. Er kannte die Leute, sie waren aus seinem Dorfe. Unsichtbar schwang er sich hinauf und fuhr mit ihnen. Sie fingen sogleich an, von ihm zu sprechen und auf ihn zu schelten. Allein er hörte nicht darauf. Er hatte nur einen Gedanken und zog sogar Trost aus dem Gerede der Leute, denn er fuhr daraus, dass seine bange Befürchtung nicht gerechtfertigt und seine Mutter frisch und gesund war. Als der Wagen im Dorfe anlangte, sprang er hinab und eilte auf dem wohlbekannten Fußwege zu der Hütte seiner Mutter. Mit pochendem Herzen begrüßte er das stille, einsame Licht, das ihm aus dem Fenster entgegenschimmerte. Seine Knie zitterten, kaum vermochte er sich fortzubewegen. Ihm war es, als ginge er einer Entscheidung über Leben und Tod entgegen. Als er auf den Flur des kleinen Häuschens trat, bemerkte er Licht durch die offene Türspalte, die zu dem Wohnzimmer seiner Mutter führte, und hörte wohlbekannte Stimmen. Er hielt an, um zu lauschen. Hier brauchte er nicht die Wirkung des wunderbaren Steines, denn es ward schon von ihm gesprochen. Ich bleibe dabei, hörte er Veronika sagen, es ist Unrecht von ihm, liebe Mutter, dass er sich so gar nicht um euch bekümmert, da möge dir nun sagen, was ihr wollt. Liebe Veronika, antwortete die Stimme seiner Mutter, wie magst du so übles von meinem Sohne sprechen? Sieh doch umher, sagt nicht alles, was uns umgibt von seiner Liebe? Hat er nicht alles selbst gesendet? Hat er mir nicht alle Sorgen für meine alten Tage genommen? Und doch hat er nie ein Verlangen gezeigt, euch zu sehen, sprach Veronika. Oh, er war vor zwei Jahren noch einmal drei ganze Tage hier, entgegnete die Mutter. Du weißt nicht, liebe Veronika, wie das in einer so großen Handlung ist. Da ist die Minute kostbar und von dem einen hängt alles ab, der die Zügel in der Hand führt. Wenn mein Sohn gekonnt hätte, da wäre er auch gekommen. Wenn mein Sohn nur irgendetwas erübrigen kann, so wird er kommen. Und jauchzend riss Anton die Tür auf und eilte seiner Mutter entgegen. Ich bin da, ich bin da, rief er, um mich niemals wieder von dir zu trennen. Lange noch strahlte das einsame Licht hinaus in das dunkle Schweigen der Nacht, nicht verratend durch seinen stillen Schein, dass bei ihm drei glückliche Vereins saßen in treuer Liebe. Die Stadt, in der Anton so viel Schlimmes erlebt hatte, war ihm zuwider geworden. Er kaufte eine große Besitzung in der Nähe seines Geburtsdorfes und beschloss, sein Leben fern von dem rauschenden Treiben der Städte hinzubringen. An dem Tage, als er sich mit der Holden Veronika, die von Kind auf eine Liebe zu ihm in ihrem treuen Herzen getragen hatte, verlobte, ging er mit ihr hinaus zu dem Bergabhang, wo im Grunde der Fluss brausend über Felsklippen dahinscheumt. Weiterhin sieht man hinaus in die fernen Lande und ganz am Horizont ragen im blauen Dämmer die Türme der Stadt empor. Unterwegs erzählte er Veronika seine ganze wunderbare Geschichte und als sie an den Abhang gelangt waren, schleuderte er den wunderbaren Stein weit hinaus in die Luft, damit er in dem brausenden Gewässer für ewig begraben sei. Aber in der Luft zerging er in ein rosenrotes Wäldchen, das langsam zerfloss, ringsum einen herrlichen Rosenduft verbreitend. Und ein leises Kling zog durch die Luft dahin, wie der jubelnde Gesang einer fernen Nachtigall. Der Goldbrunn In einem schnell dahin rauschenden Gebirgsbache lebte in alter Zeit ein Fischer, der alltäglich ausging, um seine Angel nach Forellen und Eschen auszuwerfen, von deren Verkauf in der benachbarten Stadt er seinen Unterhalt zog. Dies war ihm nun auch alle Zeit wohlgedient, bis in einem Sommer der Fang nicht mehr gelingen wollte, obgleich er mit derselben Kunst und Geschicklichkeit als früher die Fliegen oder Grashüpfer, welche an seiner Angel als Köder befestigt waren, über das strömende Wasser tanzen ließ. Nur selten bekam er ein Gericht der köstlichen Fische beisammen und geriet in solche Not, dass er bereits seine wenigen Sparpfennige angreifen musste und in Sorgen darüber geriet, wie er sich von seinem Beruf ferner ernähren möchte. An einem heißen Sommertage hatte er wieder unzählige Male vergeblich die Angel ausgeworfen und war hinaufgewandert bis dorthin, wo er nicht mehr fischen konnte, weil da selbst das Wasser in brausenden Fällen über mächtige Felsblöcke herabgeschossen kam. Dort saß er nun, während schon die Abendsonne rötlich in den Wipfeln lag und die Kuppen der Felsen leuchtend aus den dunklen Massen des Waldes hervorhob. Er hatte das Gesicht auf beide Hände gestützt und dachte über sein trauriges Schicksal nach, als er plötzlich zusammenfuhr. Denn eine weiche, weibliche Stimme in seiner Nähe sagte deutlich, »Was fehlt dir, mein guter Fischer?« Er hob seine Augen und erschrak nun fast noch mehr, denn ihm gegenüber auf der anderen Seite des Baches saß in einer Felsenhöhlung, aus welcher ein klarer Quell hervorrieselte, eine wunderschöne Wasserfrau. Sie war gekleidet in ein schneeweißes Gewand, aber noch weißer leuchteten ihre schimmernden Glieder daraus hervor und bis zu den Hüften war sie umwallt von ihrem langen Haar, das wie rötliches Gold schimmerte. Als der Fischer nun wieder etwas Mut geschöpft hatte, klagte er der schönen Frau seinen Not und bat sie, ihm zu helfen, wenn sie könne, denn ihm war wohl bewusst, dass solche Wesen allerlei besonderer Künste mächtig sind. Darauf schien das schöne Weib nur gewartet zu haben, denn es lachte lieblich, griff hinter sich und rief, nun fange, lieber Fischer. Damit warf sie ihm ein rundes, silbernes Büchschen zu, welches er auch geschickt in der Luft ergriff und als bald neugierig öffnete. Es befand sich weiter nichts darin, als eine künstliche Fliege von wunderbarer Schönheit, denn ihr Leib war aus Edelstein und schimmerte harrlich rot und grün. Die Beine und Fühlhörner waren fein aus Gold gearbeitet und die Flügel aus überaus zarten Silberfäden gewebt. Als er nun danken wollte und zugleich verwundert fragen, wozu er das sonderliche Geschenk brauchen solle, da bemerkte er zu seinem Staunen, dass nun das schöne Weib spurlos verschwunden war. Nur die Quelle noch rieselte dort einsam aus der kühlen Grotte hervor. Seufzend wollte der Fischer noch einmal, bevor die Sonne ganz fortging, sein Glück mit der Angel versuchen. Da bemerkte er, dass von den Fliegen, die ihm als Köder dienten, bereits die letzte verbraucht war, und zugleich fiel ihm ein, wozu das Geschenk der schönen Wasserfrau wohl am Ende nützlich sein könne. Er steckte die künstliche Fliege an seinen Haken und ging an einen Ort in der Nähe, wo in den Höhlungen des Kaum hatte er hier das glänzende Juwel einmal sämtlich auf das Wasser fallen lassen, da blitzte und sprang schon etwas und eine Forelle saß am Haken. Ein solches Prachttier hatte er selten gesehen. Der Fisch war über zwei Fuß lang, der olivengrüne Rücken feist und rund und der Bauch leuchtete wie Gold. So ging es weiter. Kaum hatte er die Angel ausgeworfen, so saß auch schon ein Fisch daran. Und ehe die Dunkelheit hereinbrach, hatte er so viele gefangen, wie sonst in einer ganzen Woche nicht. Da sah er, welch ein herrliches Geschenk er von der Wasserfrau bekommen hatte, sperrte die Fische in seinen Hütkasten und ging dankerfüllt und fröhlichen Herzens nach Hause. Durch den Besitz dieser wunderbaren Fliege wendete sich nun sein Glück zum Besseren, sodass er fortan fast mehr Fische fing, als er verkaufen konnte. Jedoch hatte ihn eine starke Sehnsucht erfasst, die wunderschöne Wasserfrau wiederzusehen. Allein, obwohl er sich an jedem Abend an der Stelle einfand, wo er sie zuerst erblickt hatte, so wollte sie doch niemals wieder sich zeigen. Zuweilen wohl glaubte er, ihre sanfte Stimme zu hören oder einen leisen melodischen Gesang. Allein, wenn er dann genauer zuhorchte, warte inne, dass er sich durch das klingende Rieseln des Baches hatte täuschen lassen. Sonst hatte er wohl nach den hübschen Mädchen gesehen im Dorfe und in der Stadt. Und auch diese blickten den stattlichen Fischer nicht unfreundlich an. Allein jetzt erschienen ihm sie alle unschön und gering. Denn immer schwebt ihm das rosige Antlitz vor Augen, von dem das weiche Haar in goldenem Falle herniederging und die schimmernden Glieder, welche weißer waren, als Kirschenblüte. So war fast ein Monat vergangen. Da saß der Fischer einst zur Abendzeit wieder an jenem Orte, hatte hatte wie damals das Gesicht in beide Hände gestützt und dachte voll starker Sehnsucht an die schöne Wasserfrau. Zuletzt übermannte es ihn, er seufzte tief und sprach, »Och, du allerschönstes Weib, soll ich dich niemals wiedersehen?« Da hörte er plötzlich ein silberhelles lachen. Und diesmal war es nicht das melodische Rieseln des Baches, was ihn schon so oft getäuscht hatte. Denn als er aufblickte, sah er die schöne Wasserfrau wieder wie damals in der Quellgrotte sitzen. Sie winkte mit ihrer weißen Hand und sprach, »So, komm doch und setze dich zu mir.« Der Fischer erschrak sehr und das Herz pochte ihm gewaltig. Allein er gehorchte doch sofort und ging über die großen Steine, welche aus dem Bache hervorragten, zu ihr hin. Als er nun dort stand, so steif wie ein Bock und nicht wusste, ob er es wagen dürfe, warum die Schöne ihn ersucht hatte, da rückte dieser ein wenig zur Seite und zog ihn sanft mit der Hand zu sich nieder. Da saß er nun und wagte nicht sie anzusehen, denn er fürchtete sich fast vor ihren sieghaften Augen, welche so blau waren wie das südliche Meer bei klarem Sommerhimmel. Sie aber lehnte sich an ihn, dass es ihn wie ein sanftes Feuer durchströmte, neigte den Kopf an seine Schulter, sah zu ihm empor und sagte, nun so küsse mich doch, es ist dir wohl vergönnt, mein lieber Fischer. Einen Augenblick war ihm, als müsse er nun Hals über Kopf davon laufen. Aber da blickte er in ihre Augen, die voller tiefer Zärtlichkeit auf ihn gerichtet waren, und da war es um seine Besinnung geschehen. Er beugte sich nieder auf den Mund, der glühte wie eine Purpurose. Zwei weiße Arme schlangen sich um seinen Nacken, und nun küßten sie sich so recht von Herzen. Da ging ein Rauschen und Kling durch das Gewässer des Baches, wie lauter Musik, blitzende Forellen schleuderten sich wie jauchzend aus den Wellen hervor, und eine der sonst so scheuen Wasser amseln kam, geflogen, setzte sich ganz in der Nähe auf einen Stein, und sein ihr lieblich geschwätziges Lied, dass es nur so schallte. Sie gewann sich nun alsbald sehr lieb, und der Fischer fragte das schöne Wasserweib, ob es nicht seine Frau werden wolle. Da ward ihr Gesicht ganz ernst, sie schüttelte langsam den fragte, ich täte es schon gern, denn seit langem gefällst du mir wohl, allein fast noch niemals hat eine Verbindung eines Wesens unserer Art mit einem Menschen zu dauerndem Glücke geführt, und furchtbare Strafe sowie langwierige Gefangenschaft in finsteren Höhlen wartet mein, wenn ich gezwungen werde, in das Reich der unterirdischen Wasser zurückzukehren. Sie konnte aber dem inbrünstigen Flehen des Fischers nicht widerstehen und sprach dann, ach, du guter Mann, wie kannst du lieblich bitten, ich vermag es nicht dir abzuschlagen, was du wünschest, ob ich gleich für die Zukunft fürchte, denn, obwohl es leicht erscheint, die Bedingung zu erfüllen, welche ich stellen muss, so ist es doch fast keinem Menschenkinde gelungen, sie innezuhalten, denn neugierig und misstrauisch ist eure Art, und ihr duldet nicht, dass jemand anders sei und sich von euch unterscheide. Darum merke, wenn ich zu Zeiten von dir gehe, auf kurze Zeit, so darfst du niemals fragen, wohin ich mich begebe, noch mir nachspüren, noch mich darum schelten. Kannst du mir dies beschwören, will ich die deine sein, brichst du aber diesen Schwur, so ist es dein Tod und mein Verderben. Diese Bedingung schien dem Fischer Kinder leicht zu halten, und der Beschwor, was das schöne Weib verlangte. Diese aber sprach, noch einen Monat gedulde dich, mein Geliebte, nicht er darf ich dein werden, so lange magst du meine Harren in geduldiger Treue. Weil des war die Sonne ganz gesunken und der Abendschein brannte durch die lichten Stämme mit einer roten Feuersglut. Das schöne Wasserweib umschlang den Nacken des Fischers und küsste ihn zum Abschied. In diesem Kuss entschwanden seine Sinne und es war ihm, als würde er hinausgetragen in jene leuchtende Glut und löse sich auf in eitel feuriger Wonne. Und wie das Abendrot allmählich verschwimmt in das Dunkel der Nacht, so verdämmerte auch seine Besinnung. Als er wieder zu sich kam, war allein. Ringsum war es finster und still, nur der Bach rauschte stärker durch die Dunkelheit. Für den Fischer kam nun ein Monat, der ihm so lang erschien, als sonst nicht Jahre. Die Anzahl von Forellen, welche in der Kleinstadt absetzen konnte, war Vermöge seiner wunderbaren Fliege bald gefangen und in der übrigen Zeit saß er gegenüber der kleinen Felsengrotte und starrte unablässig auf das rieselnde Rinnen der Quelle, welche daraus hervorkam. Und er hing sehnsüchtigen Träumen nach. Als nun der Monat endlich entschwunden war und der Fischer am nächsten Tage die Erfüllung seiner Wünsche hoffte, klopfte es eines Morgens ziemlich leise an die Türe seiner Wohnstube. Und als er öffnete, stand eine allerliebste Bauernterne draußen und lachte ihn halb schüchtern, halb verführerisch an. Der Fischer, dessen Gedanken ganz von seiner Liebe erfüllt waren, bemerkte ihre Schönheit nur wie durch einen Schleier und fragte nach ihrem Begehr. Das Mädchen aber schlüpfte an ihm vorüber ins Zimmer, drehte sich dann einmal zierlich vor ihm herum, dass die Röckchen flogen und fragte »Kennst du mich denn nicht mehr?« Nun kam sie dem Fischer wohl bekannt vor, allein er vermochte sich nicht auf sie zu besinnen. »Bist du vielleicht die Lore, mit welcher ich als Kind gespielt habe?« fragte er. Da lachte die schöne hell auf und rief »Oh, du hübscher Fischer, was hast du für blöde Augen!« Und damit, ehe er sich dessen versah, fiel sie ihm um den Hals und küsste ihn. Darüber geriet aber der Fischer in Zorn, denn er gedachte eins sich seiner schönen Wasserfrau, welche er die Treue bewahrte. Er drängte das Mädchen von sich, schob es zur Türe hin und rief »Hinaus mit dir, du lose Dirne! Ich habe nichts mit dir zu schaffen!« Diese aber, anstatt beschämt oder erzürmt zu sein, lachte jauchzend auf, sprang einen Schritt zurück, nahm mit der einen Hand das gestickte Käppchen ab und löste mit der anderen das Band ihrer Haare. Und als diese nun wie ein goldener Strom bis über die Hüften hinab flossen, als ihn zwei Augen so blau wie das südliche Meer bei klarem Sommerhimmel sieghaft anblickten, da wusste er mit einem Male, wer sie war und dass er sein einziges Glück hatte von sich stoßen wollen. Nun aber war seine Freude unbeschreiblich und Seligkeit und Wonne eingekehrt in das einsame Fischerhaus. Der Fischer lebte mit seiner schönen Frau herrlich und in Freuden. Nach Jahresfrist ward ihnen auch ein wunderschönes Töchterchen geboren, welches bei der Eltern Schönheit in sich vereinigte. Niemals forschte oder fragte er, wenn seine Frau zuweilen heimlich von seiner Seite schwand und erst nach 24 Stunden wieder zurückkehrte. Es war dann jedes Mal, als läge es wie frischer Morgentau auf ihrem Antlitz und gleichsam ein Leuchten ging von ihr aus wie der Widerschein einer seligeren Welt. So lebten sie eine Reihe von Jahren, bis Töchterlein zu einer holzseligen Jungfrau herangewachsen war. Um diese Zeit begab es sich, dass ein benachbarter junger Ritter namens Werner von Steinbach mehr als notwendig sich in der Gegend zu schaffen machte. So dass es beim Fischer bald auffällig wurde, zumal als eines Tages von Ferne sah, dass der junge Mann mit seiner Frau sich unterhielt und bei seinem Nahen sich in andere Richtung schnell entfernte. Von diesem Augenblicke an kehrte der böse Dämon der Eifersucht in sein Herz ein und ließ ihm fortan keine Ruhe mehr. Der junge Ritter, welcher wohl die Laute zu schlagen verstand, besaß außerdem die Kunst des Dichters und vermochte in wohlklingende Phase zu bringen alles, was ihm das Herz bewegte. Als nun einmal der Fischer an einem einsamen Waldgewässer angelte, im Gebiete des Werner von Steinbach, da vernahm er den melodischen Gesang einer männlichen Stimme. Es war ein Minnelied und der Kehrreim eines jeden Gesetzes lautete wie er nur zu Wohl verstand, dein Gedenk ich, Wogelinde. Er schlich näher und bemerkte nun den jungen Werner, welcher ganz in seinen verliebten Gesang vertieft, seiner nicht ansichtig ward. Das schnürte ihm das Herz zusammen und zehrte an seiner Seele, denn nichts anderes glaubte er, als dass an seine Frau diese Verse gerichtet seien. Diese bemerkte wohl die Veränderung, welche mit ihrem Manne vorgegangen war, und sah ihn oft wehmütig fragend an oder strich leise mit der Hand über seine Stirn, als wolle sie die bösen Falten weglöschen, welche dort seit einiger Zeit sich eingefunden hatten. So kam wieder einmal der schöne Sommermonat Juli heran. Da bemerkte der Fischer, den seine fressenden Gedanken in einer Nacht nicht schlafen ließen, wie seine Frau um die zwölfte Stunde leise aufstand und an den Schrank ging, wo ihre Kleider hingen. Er sah es deutlich bei dem hellen Schein des Mondes, wie sie ein weißes Gewand hervornahm, dergleichen sie früher als Wasserfrau getragen und sich damit bekleidete. Dann ließ sie ihr langes goldenes Haar herniederrollen, seufzte einmal recht tief ihr aus einem bedrängten Herzen und litt lautlos zur Türe hinaus. Der böse Dämon, welcher das Herz des Fischers gefangen hielt, flüsterte ihm zu, was kann sie anderes treiben, in solcher Heimlichkeit als böse und verbotene Dinge. Und sein Schwur vergessend, kleidete er sich schnell an und folgte ihr. Er sah die schimmernde Gestalt bei dem hellen Schein des Mondes in einiger Entfernung Bach bach aufwärts gleiten. Zuweilen verschwand sie in dem Schatten überhängender Baumzweige. Dann tauchte sie ferner hin, leuchtend wieder hervor. Während ihr nun lautlos folgte, war sie zu jenem Orte gelangt, wo er zuerst ihrer ansichtig geworden war. Und hier schwebte sie wie eine Erscheinung über den Fischer verlor nun wieder allen Mut. Er setzte sich gegenüber der Grotte auf einen Felsblock und starrte auf die Quelle hin, welche Silbern aus dem finsteren Grunde hervorrieselte. Zur Seite war ihm das wilde Brausen und Rauschen des Baches, der über felsige Trümmer hundertfach zerteilt herabstürzte. Und sonst tat sich nichts hervor in der weiten Runde, als das glänzende Weben des Mondlichtes, das alles ringsum mit Silber säumte und mit wechselndem Lichte durch die geheimnisvolle Finsternis wandelte. So saß er in grübelnden Schwanken, bis der Schein des Mondes vor der herannahenden Sonne entschwand und die schwarzen Schatten sich in eine weiche, graue Dämmerung auflösten. So saß er noch, als rings die Welt bereits in voller Klarheit lag, die Schatten sich wieder vertieften und die Berghäupter und Baumwipfel in den goldenen Strom des Morgenlichtes getaucht waren. An das ewig gleichmäßige Rauschen und Brausen des Gewässers hatte sein Ohr sich allmählich gewöhnt. Und nun war es ihm, als höre er durch alles dieses hindurch flüsternde Liebeslaute und kosendes Gespräch. Er glaubte, die zärtliche Stimme seiner Frau zu unterscheiden und nun schwoll es wieder giftig in ihm empor. Mit einem plötzlichen Entschluss sprang er auf, schritt über die hervorragenden Steine an das andere Ufer und drang in die Höhlung des Felsens ein. Hier fand er, dass zur Seite ein schmaler Gang sich öffnete, wo er sonst stets nur den starren Felsen bemerkt hatte. Am Grunde dieser engen Höhle gingen schmalen Faden die Quelle dahin. Als seine Weile mit pochendem Herzen den mehrfach gewundenen Gang vorangeschritten war, stand er und horchte. Das Geräusch der Außenwelt drang nur wie ein dumpfes Summ an sein Ohr. Sonst hörte er nur das leise Rieseln des Wässerchens zu seinen Füßen und von Ferne ein melodisches Kling gleich dem Tone silberner Glöckchen. Er schritt noch eine Weile voran, da ward das Kling stärker. Und vor ihm, an den von weißem Sinter bezogenen Wänden des schmalen Ganges, war ein seltsamer goldiger Schein bemerklich, in dessen Lichte das aus den Fugen des Gesteines fein herniederrieselnde Wasser beständig glitzerte. Dem Fischer war so bange zumute und das wunderliche Klingen schlug, so mahnend an sein Herz allein dennoch schritt er weiter. Der Lichtschein verstärkte sich. Der Gang bog plötzlich um die Ecke und nun tat sich eine weite Höhle mit weißen glänzenden Wänden vor ihm auf, ganz durchleuchtet von jenem seltsamen goldenen Scheine. Von den Wänden rieselte das Wasser in fein glitzernden Fäden, von den Vorsprüngen der Decke sammelte es sich in Tropfen wie durchsichtiges Gold und diese fielen dann, melodisch klingend, in die schimmernden Lachen am Boden. Und diese wieder sendeten schmale, gewundene Rinnen von sich aus, welche zu dem abfließenden Wässerchen sich vereinigten. Die Quelle des Lichtes, von dem die Höhle erhellt ward, konnte der Fischer nicht sehen. Deshalb trat er leise noch einige Schritte vor, und nun bemerkte er eine grottenartige Vertiefung, begleichsam eine Seitenkapelle der Höhle, welche ganz in goldenem Feuer stand. Ein furchtbarer Schreck befehl ihn. Denn auf dem Grunde dieser Seitenhöhle sah ein fast kreisrunden Brunnen, bis an den Rand mit diamantklarem Wasser gefüllt, und um den Rand dieses Brunns lag eine mächtige goldene Schlange, die von innen heraus wie in kristallenem Feuer leuchtete. Sie schien aus dem Brunnen zu trinken, denn ihr Kopf lag nahe dem Rande und die leuchtende zwiegespaltene Zunge tauchte unablässig in die klare Flut hinab. In seinem Schreck hatte der Fischer wohl ein lautes Geräusch verursacht, denn plötzlich fuhr die Schlange empor, richtete den Kopf hoch auf und sauf ihn hin mit zwei seltsamen leuchtenden Augen, die so blau waren wie das südliche Meer bei klarem Sommerhimmel. Reglos vor Angst erwartete der Fischer, das glänzende Ungetüm werde sich nun zischend auf ihn stürzen. Allein nichts derartiges geschah. Ein schneidender Wehlaut ging durch die Luft und dann erblasste das goldene Feuer, in welchem der Leib der Schlange leuchtete, so dass in kurzem die schwärzeste Finsternis herrschte. Der Fischer in tödlicher Furcht, dass nun im Dunkeln das schreckliche Tier sich über ihn her machen werde, stürzte eilig in den engen Gang zurück, stolperte und fiel gegen die Wände und stieß sich blutig. Allein erhielt nicht er inne, als bis er das Freie gewonnen und endlich das eigene Haus wieder erreicht hatte. Ja, der arme Fischer hatte nun all sein Glück verscherzt, da er entgegen seinem Schwur die Heimlichkeit seiner Frau belauscht hatte. Denn von dieser Zeit an sah sie niemals wieder. Er verfiel schwere Krankheit in welche er sich immer von einer furchtbaren goldenen Schlange verfolgt glaubte. Und in einem solcher Anfälle stürzte er sich in ein tiefes Wasser und ertrank. Nun war Vogel Linde, die schöne Tochter, ganz allein. Der junge Werner von Steinbach, der ihr und nicht der Mutter in herzlicher Liebe zugetan war, befand sich in einer entfernten Stadt, wo zu Ehren einer fürstlichen Hochzeit ein festliches Turnier stattfand. Sonst hätte er jetzt wohl seine Schüchternheit überwunden und dem verlassenen Kind seine Hilfe angeboten. Dem schönen Mädchen blieb nun nichts, als auf dem Grabe ihres Vaters zu weinen und um ihre verschwundene Mutter zu klagen. Da erschien diese in einer Nacht an ihrem Bette. Sie sah nicht mehr so blühend und schön aus, sondern ihre Wangen waren bleich wie Wachs und ihr Antlitz trug einen Zug tiefen Leidens. Sie sprach, noch einmal ist es mir auf kurze Zeit vergönnt worden, dich zu sehen und Abschied von dir zu nehmen, mein Kind. Entzünde das Licht in der Laterne und folge mir. Zitternd entsprach die Tochter diesem Verlang, denn sie wusste nicht, ob sie wirklich ihre Mutter oder nur deren Geist vor sich habe. Die Erscheinung führte sie zu jener Höhle, zeigte ihr das Geheimnis, wie sie zu öffnen sei und führte sie dann an den klaren Brunnen, um welche damals die Schlange sich geringelt hatte. Das Geheimnis dieses Brunns gebe ich dir als dein Erbteil, sagte sie. Wisse also, dass alle Dinge, welche man hineintaucht, sich in eitel Gold verwandeln. Nur musst du dich hüten, selber mit dem Wasser in Berührung zu kommen. Dies merke wohl, es wäre sonst ein Tod. Denn obwohl von meinem Blute in deinen Adern fließt, so genügt das doch nicht, dich vor dem Verderben zu bewahren. Zugleich auch würde dadurch die Kraft des Brunnens auf ewig verlöschen. Meinem Geschlechte kann dies Wasser nichts anhaben. Ich trank aus ihm Kraft und neues Leben für mein ungewohntes Dasein unter den Erden Bewohnern, ist ein armer Vater vorwitzig, all unser Glück zerstörte. Dann schwieg sie, und nur das melodische Kling der Tropfen und das leise Rieseln der Wasserfäden tönte durch die Einsamkeit. Da hörte man tief unter der Erde dumpf aber deutlich den Ruf einer furchtbaren Stimme. Die Zeit ist um. Wo bleibst du? Die Frau seufzte tief auf, umarmte und küsste noch einmal ihre Tochter, stieg dann in den Brunnen und versank, indem sie noch einmal die Arme sehnsüchtig nach ihr ausbreitete. Vogelinde aber kehrte in das verlassene Haus zurück und große Tränen rollten ihr reichlich über das liebliche Antlitz. Um diese Zeit begab es sich, dass die schöne Witwe Brigitte von Löwen, welche in der Nähe ein schönes Schloss bewohnte, eines Tages auf ihrem Isabellfarbenen Zelte in das Tal geritten kam und der Jungfrau Vogelinde ansichtig wurde. Diese saß vor der Türe des Fischerhauses und spann Fäden so zart und glänzend wie Seide. Da sie von deren traurigen Schicksalen erfahren hatte, ritt sie näher hinzu und als sie die Anmut und Geschicklichkeit der schönen Fischerstochter bemerkte, welche demütig und bescheiden vor ihr stand, da erinnerte sie sich, dass sie gerade einer neuen Zofe bedürftig war und fragte Vogelinde, ob sie gewillt sei, einen solchen Dienst anzunehmen. Diese war es wohl zufrieden und so beredete man, dass sie am anderen Tage schon nach Schlosslöwen übersiedeln solle. Vogelinde besorgte nun das Haus, schnürte ihr Bündelchen und pflückte sich zum Andenken die schönste Rose von dem Strauche, der an der Hauswand gerade in vollster Blüte stand. Da gedachte sie, wie unliebsam es wäre, dass diese schöne Blume sobald welken würde, und dabei fiel ihr das Vermächtnis ihrer Mutter ein. Es stand ja in ihrer Macht, diese Rose in Gold zu verwandeln und ihr dadurch ewige Dauer zu verleihen. Zugleich war ihr kleines Rotkehlchen gestorben, das sie schon jahrelang gepflegt hatte. Es war, als solle sie alles Lebende verlieren, daran ihr Herz gehangen. Sie nahm auch dieses tote Vögelchen, sowie auch eine fein und kunstreich gearbeitete Spindel, deren sich ihre Mutter immer bedient hatte, und ging damit, zum Goldbrunnen. Sie band alle drei Gegenstände sauber an Fäden, tauchte sie in das zauberkräftige Wasser und zog sie alsbald in das feinste Gold verwandelt wieder hervor. Sie packte diese Sachen sorglich in ihr Bündelchen und trat am anderen Tage ihren Dienst bei der schönen Frau Brigitte von Löwen an. Nun ereignete es sich, dass Werner von Steinbach, durch die Sehnsucht nach der Schönwogelinde getrieben, noch vor Beendigung der Festlichkeiten an jenem fürstlichen Hofe eilig nach Hause zurückkehrte. Unter all den stolzen Schönheiten des Adels und den anmutigen Bürgertöchtern jener Stadt hatte er keine gefunden, welche der schönen Fischers Tochter gleich kam. Diese schien ihm alle zu überstrahlen, gleich wie der ruhig leuchtende Mond die Sterne besiegt, ob sie auch noch so sehr funkeln und blitzen. In seiner Heimat angelangt, erfuhr er zuerst von dem Unglück, welches die Fischer Familie heimgesucht hatte, und zugleich wo die schöne Wuggelinde sich jetzt befand. Da erinnerte er sich schnell, wie unrecht es sei, dass Nachbarsleute so wenig Verkehr miteinander hätten. Machte der Frau Brigitte von Löwen sehr bald einen Besuch und war dann unter allerlei Vorwänden recht oft auf ihrem Schloss zu sehen. Die stolze Frau bemerkte diese Annäherung mit großem Vergnügen, denn schon lange hatte sie ein Auge auf den stattlichen jungen Ritter und nichts lag ihr ferner als der Gedanke die schöne Jugendzeit welche noch vor ihr lag allein und ohne Gemahl zu verbringen. Nein, sie dachte im Gegenteil ein recht frischen jungen Mann zu gewinnen und 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 mit ihm sich schadlos zu halten für die trübselige Zeit ihrer ersten kurzen Ehe mit dem alten Raufdegen und Saufhaus, der zu keines Menschen bedauern vor einem Jahre bei einem Sturz vom Pferde sich das Genick abgeschossen hatte. Sie hätte aber kein Weib sein müssen, wenn sie nicht bald gesehen hätte, dass diese Besuche nicht ihr, sondern ihrer schönen Zofe galten. Und diese Entdeckung verursachte ihr den heftigsten Zorn und verwandelte die wohlwollenden Gefühle, welche sie anfangs für das einsame Fischerkind gehegt hatte, in den bittersten Hass. Da sie noch immer hoffte, Werner von Steinbach für sich zu gewinnen, so ließ sie diesem Gegenüber sich nichts merken. Das unglückliche Mädchen aber sperrte sie in ein einsames Turmzimmer mit vergitterten Fenstern und gab ihr alltäglich so viel zu spinnen auf, dass die Arme bei der ungenügenden Nahrung von Wasser und Brot, welche sie erhielt, sich noch dazu den Schlaf verbrechen musste, um so schwere Aufgaben überhaupt zu erfüllen. Wenn nun Werner kam und seine Augen suchend umher gehen, ließ voller Unruhe, dass er der Geliebten nicht ansichtig wurde, während er doch nicht nach ihr fragen mochte, so war Brigitte wohl äußerlich so lieblich wie Honig sein, doch innerlich von bitterer Galle erfüllt und ließ es am Abend die schöne Wogelinde entgelten, deren Arbeit sie nicht genügend fand und dafür sie an den goldenen Zöpfen zerrte, mit den Füßen nach ihr stieß, ja, sich das wehrlose Kind mit ruchloser Hand in das blütenreine Antlitz zu schlagen und diese weinte, duldete und spann vom frühsten Morgen bis in die späte Nacht hinein und ihre Wangen, die sonst wie Apfelblüte anzusehen waren, glichen bald den schneeweißen Rosen, die man auf Gräber pflanzt. Da ereignete sich an einem Morgen das Unglück, dass ihr die Spindel zerbrach, und nun war ihre Sorge groß, denn konnte sie am Abend die vorgeschriebene Menge gar nicht abliefern wie bisher, dann waren sicher schreckliche Misshandlungen ihr los. Zum Glück fiel ihr noch zur rechten Zeit ein, dass sie ja den goldverwandelte Spindel ihrer Mutter besitze. Sie holte das Päckchen herbei, welches die drei goldenen Dinge enthielt, setzte das Rotkehlchen auf den Tisch, legte die Rose daneben und brachte die Spindel in Gang. Wie groß war aber ihre Verwunderung, als sie bemerkte, dass nun das Spinnen ganz von selber ging, ohne dass sie etwas zu tun brauchte. Der Faden schlüpfte ihr aus der Hand, aber die Spindel tanzte und sprang allein weiter und spann so feine glänzende Fäden, wie sie noch nie jemals welche gesehen hatte. Und dabei glitzte und funkelte sie in dem schmalen Sonnenstreif, welcher durch das kleine Fenster herein stand, wie Eitel Feuer. Wo Gelinde steckte den Rocken in den Halter und sah eine Weile vergnügt zu, wie das Spinnen vor sich ging. Sie brauchte nur zuweilen neuen Flachs aufzustecken, das Übrige besorgte die kluge Spindel. Das Mädchen setzte sich nun aller Sorgen frei an den Tisch und betrachtete den Vogel und die Rose. Und da lief lief und die Tränen der Erinnerung über die bleichen Wangen, deren eine aber fiel auf die goldene Rose. Hüpfchen und fing an, sich die Federn zu putzen. So dann hüpfte es Wogel Linde auf die Finger und sang so herrlich, wie dieses noch niemals von dem Vogel gehört hatte. So blieb es bei, bis die Spindel den ganzen Flachsvorrat aufgesponnen hatte und sich auf den Boden niederlegte. Da tat die Rose sich wieder zusammen und verlor ihren Duft. Das Vögelchen hörte auf zu singen und erstarrte zu festem Golde wie vorhin. Als am Abend Brigitte kam, um nachzusehen, war sie so verwundert über das feine seidenglänzende Gespinst, dass sie gar nicht zu schelten und zu zanken vermochte, so wie sie es sich vorgenommen hatte. Das Gleiche war sie erstaunt darüber, dass sie die vorher so bleichen Wangen der schönen Fischerstochter wieder fein Rosenfarb angeblümt fand. Sie gab ihr deshalb für den nächsten Tag die doppelte Menge Flachs zum Spinnen und drohte ihr mit grausamen Strafen, wenn sie nicht am anderen Abend alles in ebenso feines seidenglänzendes Garn verwandelt habe. Am nächsten Tage ging es ebenso. Die Spindel tanzte, die Rose duftete. Der Vogel sang und schon um die Mittagszeit war sämtlicher Flachs aufgesponnen. Frau Brigitte entsetzte sich fast, als sie am Abend diese unglaubliche Menge Garn vorfand, daran auch die strengste Hausfrau nichts hätte aussetzen können. Sie gab dem Mädchen noch einmal so viel Flachs wie am Abend vorher, beschloss aber im Stillen, sie am anderen Tage zu belauschen, denn solches konnte unmöglich mit rechten Dingen zugehen. Nach dem Frühmahl schlich Brigitte leise herzu und sah nun durch das Schlüsselloch mit großem Staun, was in dem Turmzimmer für wunderliche Dinge vor sich ging. Sie brach dann schnell hinein, überraschte Vogelinden mitten in ihren Heimlichkeiten und drängte sie als bald ihr zu gestehen, wo sie diese drei kostbaren Dinge her habe. Sie ließ auch nicht nach mit Drohungen und Misshandlungen, ja sogar Versprechungen, die sie allerdings nicht zu halten gedachte, bis Vogelindie endlich das Geheimnis des Goldbrunns mitteilte. Da erwachte in dem bösen Weibe die Gier nach Gold und unermesslichem Besitz und keinen Augenblick wollte sie zögern, sich von der Wahrheit dessen, was sie vernommen hatte, zu überzeugen. Und mit solcher Hass drängte sie zu dem wunderbaren Brunnen hin, dass sie vergaß, die Tür des Gefängnisses wieder zu verschließen. Sie ließ sich als bald ihr Pferd zatteln und ritt, so schnell sie es vermochte, zu dem ihr wohl beschriebenen Orte. Als Vogelinde sich überzeugt hatte, dass sie nicht mehr eingesperrt war, packte sie ihr Bündelchen zusammen und beschloss, aus ihrer Gefangenschaft zu entfliehen. Als sie eben aus dem Schlosstore schlüpfen wollte, welches zufällig gerade unbewacht war, da begegnete ihr Werner von Steinbach, welchen seine verliebte Unruhe, wie gewöhnlich um diese Zeit auf das Schloss trieb. Als er nun die Vermisste blühend und rosig so plötzlich vor sich sah, da verließ ihn mit einem Male seine große Schüchternheit. Er sprang vom Pferde, schloss sie in seine Arme und sagte ihr, wie lieb er sie habe. Sie erzählte ihm dann in großer Eile ihre Schicksal. Dann nahm er sie vor sich auf sein Pferd und ritt mit ihr auf sein Schloss. Und rings sang jauchzend die Vögel auf allen Zweigen und in der blauen Luft. Aus den fröhlichen Berggewässern sprangen blitzend die Forellen empor. Und auf den Waldwiesen standen ohne Scheu die Rehe und sahen nach ihnen hin, als sie so durch den glänzenden Sommertag davon ritten. Als Brigitte von Löwen den ganzen Tag ausblieb und auch in der Nacht nicht zurückkehrte, da geriet die Dienerschaft in große Unruhe, zumal als sich ihr Pferd mit zerrissenem Zügel am Morgen allein einstellte und man schickte überall hin Boten nach ihr aus. Einer derselben kam auch auf die Burg des Werner von Steinbach und nun fiel es Wogel Linden mit Schrecken ein, dass sie in der Eile vergessen hatte Brigitte zu warnen, mit dem Wasser des Goldbrunns nicht in leibliche Berührung zu kommen. Es wurden schnell einige Diener mit Fackeln und einer Bahre ausgerüstet und als man unter der Führung Wogel Lindens in die geheimnisvolle Höhle bis an den Brunnen vorgedrungen war, fand man dort Brigitte starr und eitel in Gold verwandelt. In der Hand trug sie einen Stein von der Größe eines Kindeskopfes, der ebenfalls ganz golden war. Wogelinde war so guten Herzens, dass sie ihrer Peinigerin viele Tränen nachweinte. Allein ihr Schmerz verlor sich bald, da sie nach einer prächtigen Hochzeit Werner von Steinbachs glückliche Gattin wurde. War nun auch die Kraft des Goldbrunnens erloschen, so besaßen sie doch genug Geld und Gut. Und was noch mehr war? Ihre Liebe. Und dazu erhielten sie prächtige Kinder, so, dass das Geschlecht des Steinbachs sich vermehrte und ausbreitete und noch blüht bis auf den heutigen Tag. Die Erben der Frau Brigitte von Löwen wollten anfangs den goldenen Leib als ein Denkmal in der Schlosskapelle aufstellen. Allein schließlich überwog doch bei ihnen die Geldgier. Sie haben ihn nachdem heimlich in die Münze gegeben. Und es sind eine große Menge der feinsten Dukaten daraus geprägt worden. Die Geschichte eines Tales Seit vielen tausenden von Jahren floss der Bach schon durch das Tal. Sein Rauschen und Rieseln war ohne Ende. Ob er nun im Frühling, wenn der Schnee in den Bergen schmolz, mit trüber Flut und mit stärkerem Brausen einhertobte, ob er im Sommer grünlich und glasklar zwischen bemohsten Felsblöcken plätscherte, ob er im Herbst die Fülle der gelben Blätter mit sich führte und in seinen stillen Buchten anhäufte, oder ob er im Winter fast schwärzlich und dampfend durch Eis und Schnee dahin ging. So war's einst, so ist es heute und so wird es sein. Solange über ihn hinweg die Wolken ziehen und die Gipfel in Dunst hüllen, solange der Tau fällt und in den feuchten Wiesen die Nebel braun. Es war vor langer Zeit, da hatte diesen Bach noch keines Menschen Auge erblickt, dieweil es keine gab im weiten Umkreis. Und das Tal war erfüllt mit einem mächtigen Urwalde, der aus sich selbst hervorgewachsen, in sich selbst auch wieder verging. Keine anderen Töne kannte es als den Donner des Himmels, das Sausen des Windes in den Wipfeln, das Rauschen der Gewässer, das Brüllen und den Schrei der wilden Tiere, den Gesang der Vögel und das Summen der wilden Behn. In den Höhlen der Felsen und der uralten Eichbäume wohnten der Bär, der Luchs und die wilde Katze und an den Bach kamen zur Tränke stolze Hirsche und zierliche Rehe. Der Dachs hatte einen ausgetretenen Steig von seiner Höhle bis ans Wasser und der listige Fuchs schnürte dort gerne entlang, um bei der Tränke ein leckeres Vögelchen zu erhaschen oder eine jener rotgetüpfelten Forellen, die den Klarenbach in Mengen erfüllten. Die Bäume in diesem Tale wuchsen, wie sie nur wollten und wurden uralt, bis sie endlich von den Larven der Käfer und anderer Insekten vielfach durchbohrt und überall angehämmert von fleißigen Spechten abstarben und mit weißgebleichten Ästen dastanden. Dann kam ein Sturmwind, der sie unter gewaltigem Krachen zu Boden schmetterte und als bald wuchs üppig aus den vermodernden Trümmern neues Leben hervor. Zuweilen stürzte ein solcher Riese in das Bachbett, so, dass sich die Gewässer schäumend Bahn brechen mussten durch verworrenes Geäste, Es kam dann wieder ein mächtiger Wolkenbruch, der den Bach hoch anschwellen ließ, so dass er die Hindernisse beiseite warf und die Trümmer bergabwärts führte. Nun geschah's einst an einem stillen Sommerabend, da weiter nichts vernehmlich war als das endlose Rieseln der Gewässer und der Gesang der Rotkehlchen und Amseln, welcher der letzte rote Abendschein noch wach hielt, das ein stattlicher Rehbock aus dem Walde vorsichtig auf eine begraste Waldblöße trat und dann, nachdem er nach allen Seiten gesichert hatte, an den Bach zur Tränke ging. Als er dort zum Wasser sich niederbeugte, ertönte plötzlich ein durchdringender Warnruf einer aufmerksamen Amseln, wodurch sie ein Raubtier oder sonst etwas, das ihr gefährlich scheint, ankündigt. Auf diese wohlbekannten Töne hin richtete der Rehbock sich hoch empor und wollte sich eben zur Flucht wenden, als ein seltsames Schwirren durch die Luft ging. Worauf das Tier einen plötzlichen Satz machte, dann unter mehrfachem Schrecken in die Knie brach und nach einigen vergeblichen Versuchen wieder hochzukommen, von übersank und mit dem Kopf im fließenden Wasser regungslos liegen blieb. Da ertönte hinter dem bergenden Buschwerk ein jauchzender Schrei hervor. Und es trat ein Mensch, der erste Mensch, der je in diese Gegend gedrungen, eine neue Art von Raubtier, welche gefährlicher war als alle, anderen zusammengenommen, aus dem Gebüsch hervor. Er war notdürftig in Felle gekleidet, rot gebrannt von Luft und Sonne und trug als Waffen Bogen und Pfeile, ein Speer und ein Steinbeil. Zunächst betrachtete er wohlgefällig seinen Pfeil, der dem Rehbocke gerade auf dem Blatt saß und tief eingedrungen war. Dann zog er aus seiner Tasche von Biberfell ein Feuersteinmesser hervor, brach seine Beute auf, streift ihr zum Teil das Fell ab und löste eine der stattlichen Keulen Keulen heraus. Nun trug er von dem reichlich überall verstreuten dürren Holz zusammen, davon er drei passliche Stücke sorgsam aussuchte. Zwei davon stieß er tief in den Boden und machte dann mit seinem Messer zwei sich gegenüberliegende Vertiefungen in die hervorstehenden Enden. Dann schlange die Sehne seines Bogens um das dritte beiderseitig zugespitzte Holz und klemmte es mit den Enden in die Vertiefungen der aufrechten Äste, also, dass die Figur eines Rechteckes entstand, dessen Seitenteile mit starker Federkraft auf den waagrechten Stab drückten. Diesen nun versetzte er vermittels der umschlungenen Bogensehne, indem er mit dem Bogen selbst heftig hin- und herfiedelte, in eine schnelle, wechselnde Drehung, wodurch wegen der starken Reibung an den Auflagepunkten als bald eine solche Hitze erzeugt wurde, dass ein leichter Rauch aufstieg und nach einer Weile einzelne Funken hervorsprühten. Solche fing er mit einem breit gehaltenen Stücke verwitterten Weidenholzes auf, welches alsbald sich entzündete und anfing zu glimmen. Dann hüllte er es in feines trockenes Gras, das er bald durch eifriges Blasen in den schweelenden Zunder hell aufflamm machte. Und nun häufte er neues Gras darauf, dann feine, dürre Zweiglein, dann größere Äste und endlich flammte in der schweigenden Wildnis das erste Feuer empor und sandte eine schnurgerade Rauchsäule in die stille Abendluft. Der Mann hieb so dann mit seinem Steinbeil von einem benachbarten Haselbusch zwei gäbelige Äste zu und einen glatten Schössling, der ihm zum Bratspieß dienen sollte. Daran steckte er seine Rehkeule, legte ihn über die Gabeln der in die Erde gebohrten Stangen und briet nun sein Abendessen, indem man mit sichtlicher Gier auf das Ende wartete. Als er mit dem Hunger eines Raubtieres den größten Teil des noch halbruhen Fleisches verzehrt und seinen Durst aus dem nahen Bache gelöscht hatte, schleppte er noch Meerholz zusammen, wälzte auch einen mächtigen Block zum Feuer, der voraussichtlich die ganze Nacht ausdauerte und streckte sich dann zwischen der Glut und einem benachbarten Felsblock zum Schlafe nieder. Unbekümmert um das Gebrüll der wilden Tiere, denn er wusste wohl, dass sie das Feuer scholten. So hielt der erste Mensch, welcher diese einsame Wildnis betrat, seine Nachtruhe, indes die Gewässer des Baches laute durch die Stille rauschten. Das Feuer knisternd weiter brannte, die funkenden Sterne schweigend am Himmel dahin wandelten und die Eulen mit schaurigem Schrei über ihn hinweg flogen. Zuweilen waren im Walde leise schleichende Schritte vernehmlich und zwei glimmende Augensterne, in welchen der Widerschein des Feuers lag, stierten aus der schwarzen Finsternis eine Weile auf das unbekannte Neue und tauchten dann wieder in das geheimnisvolle Dunkel zurück. Von dieser Zeit an kamen derlei Gesellen in das Tal, um dort zu jagen. Und dann halten die Berge wieder vom Geschrei der Jäger, dem Bellen ihrer Hunde und dem dumpfen Blasen der Stierhörner. Es war ein starkes wildes Geschlecht, das den Bären in seiner Höhle aufsuchte und den gereizten wilden Eber auf vorgehaltene Spieße aufrennen ließ. Eine blutgierige Art, nur trachtend nach Fleisch und dem süßen fetten Mark, der Knochen. Als nun des Jagens genug und das Wild selten geworden war in der Gegend, da verschwanden sie wieder. Um bessere Jagdgründe aufzusuchen. Und für lange Zeit kehrte die alte Einsamkeit in das Tal zurück. Dann kam es wieder, dass eines Morgens ein stattlicher Hirsch, der auf einer saftigen Waldwiese behäglich äßte, plötzlich den Kopf mit dem mächtigen Geweih hoch emporhob und lauschend in die Ferne horchte. Das war nicht das Pochen des Schwarzspechtes, das dort so taktmäßig klopfte. Solche Töne hatte sein aufmerksames Ohr noch niemals vernommen. So stand er eine Weile. Doch als das neue Geräusch sich immer gleich blieb und in der gleichen Ferne auch, senkte er gleichmütig den Kopf zu dem fetten Grase wieder hinab. Es war aber das Pochen stählerner Äxte, welches das Tier vernommen hatte. Und diese Töne verschwanden nun nicht mehr aus der Gegend, sondern rückten von Jahr zu Jahr näher und an den stillen Abenden konnte man an jenen Orten eine Reihe von Rauchsäulen zählen, welche in die unbewegte Luft emporstiegen. Dann kam eines Tages ein kräftiger Mann das Tal hinaufgewandert. Der war in gewebte Gewänder gekleidet und stützte sich auf einen Spieß mit blanker stählerner Spitze. Dieser Mann durchstreifte die Gegend um den Bach herum nach allen Richtungen, betrachtete sich die Wiesen und die Waldungen, grub mit seinem Spieß von der Erde aus und prüfte diese, indem er wohlgefällig dazu nickte und dann wieder talabwärts verschwand. Nach einiger Zeit vernahm die Wildnis wieder neue Töne. Das Schnaufen von Pferden, das Kreischen mangelhaft geschmierter Wagenräder und das Gebrüll von Kühen. Denn das Tal herauf zog eine kleine Karawane, geleitet von jenem Manne, der gefolgt war von einer stattlichen Frau und sechs Kindern. Von welchen zwei Söhne und eine Tochter bereits erwachsen waren. Auf einer anmutigen Grasblöße an dem Ufer des Baches machte die Gesellschaft Halt. Es ward mit Stahl und Stein und Zunde ein Feuer angemacht und eine Mahlzeit bereitet. Zur Nacht schliefen sie in den mit Leinwandplänen überspannten Wagen. Am anderen Tage nun begann auch hier das unablässige Pochen der Äxte. Der Boden bedeckte sich mit gelblichen Holzsplittern und die Luft war erfüllt mit dem frischen Harzgeruch gefällter Edeltann. Im geschützter Lager entstand ein Blockhaus, dessen Fugen mit Moos und Lehm gedichtet und dessen Dach mit frisch gespaltenen Schindeln eingedeckt wurde. Und zur Seite türmten sich mächtige Stapel von Brennholz für den Winter auf. Als nun durch die unablässige Arbeit schweliger Hände eine genügende Strecke des Landes geklärt worden war und die vom Sommersonnenschein gedörrten Abfälle der Zweige und Äste einen schweren balsamischen Duft verbreiteten, da kam ein hoher Festtag für die Kinder. Denn eines Tages, da gerade der Wind eine günstige Richtung hatte, wurde dieser ganz ungeheure Scheiterhaufen von trockenem Reisig angezündet, um sich so auf eine bequeme Art dieser hinderlichen Gegenstände zu entledigen. Zwischen den schwarzgebrannten Stumpfen der gefällten Bäume, von denen man nur die kleineren auch ausgerodet hatte, wird dann mit Pflug und Spaten, so gut es ging, die Erde gelockert und die erste Wintersaat in den jungfräulichen Boden eingebracht. Und so kam allmählich der Herbst heran. Die Spitzen des jungen Kornes sahen bereits aus der schwarzen Erde hervor. Auf den Waldwiesen standen mächtige Schober, köstlichen Gebirgshäus zum Wintervorrat für das Vieh, im Rauchfange hingen die Keulen und Rücken von wilden Schweinen, Bären und feisten Hirschen, und im Eichwald schwelgten die wenigen mitgebrachten Schweine in unermesslichen Eicheln, um Kraft und Stärke zu gewinnen, für eine gedeihliche Nachzucht im nächsten Jahre. So sahen die ersten Ansiedler dieses gesegneten Tales mit Zuversicht dem nahenden Winter und mit gutem Vertrauen der Zukunft entgegen. Das nächste Jahr brachte die erste Ernte, neue Ansiedler und der neu entstehenden Ortschaft einen Namen. Denn da der erste Bebauer den Namen Walter führte, so nannte man nach ihm den Platz Walterode. Und also heißt das Dorf noch bis auf den heutigen Tag. Im Laufe der Zeit verschwand nun der Urwald, bis auf einige wenige alte Riesenbäume, welche man zum Wahrzeichen stehen ließ, ganz aus der Ebene des Tales. Und nur von den Bergen und steilen Hängen her, schaute er noch finster hin auf den einstigen Schauplatz seiner Größe und alleinigen Herrschaft. Anstatt seiner breitete sich dort ein bunter Teppich verschiedenfarbiger Felder und saftig-grüner Wiesen aus. An dem Bache entlang zog sich die Dorfstraße, und an dieser lagen saubere Häuser mit hübschem Schnitzwerk verziert, umgeben von Gärten, in welchen Basilikum, Raute, Lavendel, Salbei und andere Würzpflanzen dufteten. In welchen Mohnen und Lilien brennende Liebe und Gelbfeiglein blühten, und strotzende Küchengewächse üppig sich ausbreiteten. Hinter den Häusern aber im Grasgarten schimmerten im Frühling silbern und rosig die Obstbäume und standen im Herbst gebeugt von goldenen und blauen Früchten. Am höchsten Punkte des Dorfes streckte nun aus dem Schatten uralter Eichen eine Kirche ihr spitzes Törnlein hervor. Und an den stillen Sommerabenden hörte man statt des rauen Gebrülles der wilden Tiere ein friedliches Läuten, das Dengeln von Sensen und das fröhliche Geschrei spielender Kinder. Nur der Bach blieb bei diesem Wechsel der Dinge immer derselbe und rauschte durch Dorf und Wiesen mit demselben Geplätscher dahin wie einst durch den unberührten Urwald. Er sah die endlose Kette menschlichen Daseins und sich vorübergleiten und dahin fließen wie seine eigenen Wellen, die ewig neu und ewig auch dieselben waren. Er sah die Kinder an seinen Ufern spielen, wie sie Kanäle und Mühlen bauten und Krebse und Forellen griffen. Er sah sie heranwachsen und pärchenweise im Mondschein an seinen Ufern wandeln, indem sie sich eng um Schlungen hielten und Küsse miteinander austauschten. Er sah die Männer auf die Arbeit ziehen, indes die Frauen in Haus und Garten sich fleißig regten. Er sah an seinem Rande gebrechliche Greise träumend in der Sonne sitzen, zu deren Füßen neue Kinder, die alten Spiele übten. Und so flossen die Wellen und die Jahre unablässig dahin. Dieses friedliche Leben ward nur unterbrochen durch solche Ereignisse, für deren Fernbleiben allsonntäglich auf der Kanzel gebetet wird und denen das Menschengeschlecht doch nie und nimmer entrinnen kann. Es kamen Kriege. Es kam eine Feuersbrunst und verzehrte die Häuser des halben Dorfes. Eine Pestilenz, ausgebrütet in den Sümpfen der Länder gegen Sonnenaufgang, wanderte herbei, leerte die Häuser und füllte den Kirchhof. Misswachs und sein scheußliches Kind Hungersnot zehrten an den Gebeinen der Dorfbewohner. Doch alles überwand die unverwüstliche Kraft des Lebens. Und so blüht und gedeiht der freundliche Ort Walterode bis auf den heutigen Tag. Und wie sieht es denn jetzt dort aus? Schon wieder ein wenig anders. Und wieder sind neue, unerhörte Töne bis in die entlegene Einsamkeit dieses Tales gedrungen. Denn von dem Haupttale aus, in welches es mündet, wie sein Bach einläuft in das Flüsschen, das sich dort glänzend durch den Grund windet, schrillt zuweilen herüber, wie der Todesschrein des furchtbaren Riesentieres aus dem Geschlechte der Schweine, der Gellendöpfel, der Lokomotive. Den Bach hat man eingefangen und seine Kraft vor allerlei Mühlen und Fabriken gespannt, wo er mit unwilligem Brausen über die Wehre stürmt, um wimmelnde Räder und Riemen und knirschende Sägen zu treiben. Aus einem schmalen Seitentale ragt sogar der mächtige Schornstein einer Papierfabrik hervor, welcher eifrig bestrebt ist, ganze Wälder zu fressen und sie in schlechtes Papier zu verwandeln. Um die Sommerszeit aber kommen aus Berlin und Leipzig und anderen großen Städten Geheimräte und Kommerzienräte mit gebildeten Gattinnen, ästhetischen Töchtern und klugen Söhnen, um die köstliche Gebirgsluft zu genießen. Und die Väter wandeln würdevoll in der nächsten Umgegend spazieren und führen weise Gespräche über den Stand der orientalischen Frage oder die neueste Anleihe, während die Mütter auf den Bänken sitzend und in der schönen Aussicht schwelgend die große Dienstbotenfrage erwägen. Und wo man den besten und billigsten Kaffee kaufen kann. Die Töchter aber sind meist mit Skizzenbüchern behaftet, mit welchen sie überall in der Gegend herumsitzen. Und es gibt in dem ganzen Dorfe und seiner Umgebung keinen bemoosten Felsblock, keine alte Kropfweide, keine Kuh und keinen Schweinestall, der nicht schon in einem solchen Skizzenbuche stände. Die klugen Söhne aber hocken beim Biere, rauchen ein Zigarettelein nach dem anderen und genießen die balsamische Gebirgsluft auf diese Art. So ist es jetzt. Wie es aber in Zukunft sein wird, das weiß niemand. Es gab ja Städte, welche einst glänzend dastanden in der Pracht ihrer Paläste und weit hinaus ihre mächtige Herrschaft ausübten. Doch heute kennt man kaum den Ort in der Wüste, wo sie lagen. Sie sind vergessen und fast ohne Spur verloren. So kann es auch sein, dass die Menschen einmal wieder verschwinden aus diesem Tale und das Dorf in Trümmer sinkt. Dann wird langsam der Wald herabsteigen aus dem Gebirge in seine alten Standplätze und nach hunderten von Jahren ein neuer Urwald dort seine Wipfel wiegen. Und das Andenken der Menschen, welche dort wohnten, wird hinabgeflossen sein in das große Meer der Vergessenheit. Doch mit demselben Rauschen und Rieseln wie einst und jetzt wird auch dann der Bach zu Tale wandern mit seinen klaren Gewässern, die ewig kommen und ewig gehen und ewig bleiben. Eine seltsame Geschichte Gestern Abend, als ich eben eingeschlafen war, wachte ich wieder auf. Denn der Mond leuchtete mir gerade ins Gesicht und das Zimmer war ganz von seinem silbernen Schein erfüllt. Als ich so lag und in behaglicher Trägheit schwankte, ob ich die Vorhänge niederlassen sollte oder nicht, kam ein dröhnender Klang von Ferne herüber. Es war die Turmuhr auf der Lokaskirche und es schlug zwölf. Kaum war der letzte Schlag verhallt, so erhob sich im Zimmer ein eigentümliches Wispern und Rascheln. Und in der Weinflasche, die noch von meinem Abendtrunk hier auf dem Tische stand, geschah ein kribbelndes Rumoren, als ein Maikäfer darin eingesperrt. Es dauerte eine Weile und dann kam oben aus dem Halse der Flasche ein blondes Köpfchen zum Vorschein. Es arbeitete sich weiter und weiter und endlich stand ein kleines, wohlbeleibtes, pausbäckiges Figürchen auf dem Flaschenhalse. Und es schaute sich um. Dann kniete es nieder, wisperte ein wenig in die Flasche hinein und schwebte in den Mondschein hinaus. Nun kamen immer mehr und mehr der gleichen kleine Kerle aus der Flasche hervorgearbeitet. Einige glitten an der Flasche hernieder und sprangen übermütig auf dem Tisch umher. Andere hielten sich bei den Händen und tanzten Ringelreihen auf dem Rande des Weinglases. Unterdessen war auf meinem Schreibtisch ein Sprühen und Rauschen entstanden. Ich sah aus dem Sandfass den Sand, wie die Garbe eines Springbrunns aufsprühen. Und wo er den Tisch berührte, gingen kleine erdgraue Männlein daraus hervor, welche mit verdrossenem Quäken sich umherwälzten. Während aus dem Tintenfass ein behenderschwarzer Kobold nach dem anderen hervortauchte. Diese schienen sehr kriegerisch und reizbarer Natur zu sein, denn sie gingen gleich aufeinander los mit Schreibfedern, welche sie wie Lanzen eingelegt trugen. Und überall, wo sie hintraten, ließen sie hässliche, schwarze Tintenflecke zurück. Dann ging es wie Windesrauschen durch meine Papiere, und es flatterten und krochen allerlei seltsame Tierchen daraus hervor. Kleine, schwarze Drachen mit Ringelschwänzen und allerlei hässliches, schwirrendes Insektenvolk mit Stacheln und Saugerüsseln. Mit einem Male schob sich eine Schieblade meines Schreibtisches leise auf. Ein anmutiges Singen und Klingen und ein sanfter, rosiger Schimmer ging von ihr aus, und ein Duft von Rosen und Pfeilchen erfüllte das Zimmer. Ach, es waren allerlei rosa Briefchen, vertrocknete Blumen, Bänder und Schleifen darin. Und ich seufzte unwillkürlich, als ich daran dachte. Der Schein ward stärker, und kleine, rosige Engelchen stiegen in ihm empor. Sie hatten Flügelchen an den Schultern und trugen Bögen und Köcher mit kleinen Pfeilen. Das ganze Zimmer war jetzt von lustigen Gestalten erfüllt. Und mit einem Male schwirrten sie zu einer dichten Wolke zusammen und kamen unter singendem Gesumme auf mein Bett zu. Unwillkürlich wollte ich mich bewegen, allein wie gebannt lagen meine Arme auf der Bettdecke, und ich musste ruhig erdulden, was nun mit mir geschah. Die Unbeholfeneren senkten sich auf meine Bettdecke nieder und kribbelten dort umher. Alleines blieben noch genug in der Luft, um eine dichte Wolke zu bilden. Aus dem Geschwirr und Gewirr sonderten sich die kleinen Flaschengeister ab und tanzten in wildem Wirbel um mein Haupt herum. Dazu schwang sie kleine, blitzende Becher, und es klang mir in den Ohren wie lustige Lieder, die ich einst mit fröhlichen Genossen gesungen. Und aus all dem Gesinge und Gesumme tönte es hervor, Sing und Klang, Sing und Klang, Weingold, Reingold, Klingelingeling, Jugendblut, goldene Rot, Blink und Blank, Schlägerklang, Weingold, Reingold, Klingelingeling, Sing und Sang, Kling und Klang. Und so fort. Und immer tönte das feine Klingen der Gläser dazwischen. Unterdessen kam es auf der Bettdecke, an meinen Kopf herangekrabbelt und gekrochen. Die Flaschengeister verschwanden in der Wolke und die grauen Erdmännlein tanzten mit trägen Sprüngen um mein Gesicht und sangen dazu mit knarrenden Stimmen Differenzial, Integral, Logarithmus, Logarithmus, Sitzen, Schwitzen, Tag und Nacht, Armer Tropf, brummt der Kopf, Kubus, 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 Differenzial, Integral. Und es klang immer dazwischen wie das Knirschen von Schreibfedern. Die schwarzen Tintenteufelchen hatten aber über ihnen in der Luft ein Kreis gebildet und wirbelten in der anderen Richtung herum und kreischten dazwischen Jambus, Jambus, Daktilus, Hinkefuß, kurz und lang, Kling und Klang, Herzen, Schmerzen, Liebe, Triebe, Schnick, Schnack, Schnick, Schnack. Und dazu machten sie so ein höhnisches Rezentengekicher, dass es mir in allen Fingern kribbelte, aber ich konnte mich nicht rühren. Es war gut, dass nun Ablösung kam. Ein liebliches Singen und Klingen und ein Rosenschein wart um mich hier. Und alle die kleinen Engel mit den zarten Flügeln schwebten herbei, und wie ferner Nachtigallen gesang und wie das Säuseln des Frühlingswindes heilte es, was sie sang. Rosen, 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 Rosenschein, Mäcktelein, Mäcktelein, zart und fein, jungen Jahren, braun von Haaren, Blumenduft und Mundenschein. Dazwischen. Dazwischen aber kreischten die schwarzen Teufelchen wieder. Schnick, Schnack, Schnick, Schnack. Und die Sandmänner kamen wieder hervor und knarrten mit ihren verdrossenen Stimmen Differenzial-Integral-Logarithmus-Logarithmus. Und dann mischte und wirbelte sich wieder alles durcheinander und die kleinen Drachen und das übrige Sorgenvolk schwirrten hervor. Es huschte mit Fledermausflügeln um meinen Kopf. Kleine, tückische Augen funkelten mich an. Und auf der Bettdecke kam es langsam gekrochen und züngelte mit spitzen Zungen. Ein höhnisches Schwirren und Kichern ward um mich her. Und da, plötzlich, stieß eines der geflügelten Wesen nieder auf mein Haupt. Ich fühlte einen leisen, stechenden Schmerz und da flog es davon und trug ein schimmerndes Haupthaar in seinen Krallen. Und nun immerfort mit Krallen und spitzigen Schnäbeln, mit rosigen Händchen und zierlichen Fingern, stieß es auf mich hernieder. Es war ein fortwährendes Prickeln auf meinem Haupte. Und mir schwindelte bei dem unendlichen Geschwirre. Ich hörte noch, wie die Uhr dröhnend eins schlug. Und dann verlor ich die Besinnung. Am anderen Morgen, als ich vor dem Spiegel stand und wehmütig den helleren Schein betrachtete, der auf meinem Haupte seit einigen Jahren langsam und sicher sich ausbreitet, fiel mir das nächtliche Erlebnis wieder ein. Und zum Angedenken für mich und zu Nutz und Frommen derer, so da Freunde von allerlei Traumgespinsten sind, habe ich es also niedergeschrieben. Das war eine seltsame Geschichte. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar, einen Daumen hoch oder einen Super-Thankstar, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.